Einen wunderschönen Nachmittag. Wir sind wieder zurück aus unseren Ferien. Aus unserer kleinen Sommerpause, die wir hatten. Zumindest streamtechnisch. Wir hoffen natürlich, es geht euch allen gut. Hallo Martin und Hallo Nico natürlich. Hallo, hallo, alle zusammen. Jawohl. Ich habe schon fast wieder vergessen, wie Leben geht, also wie Alltag geht. Weiss ich, wie es dir aussieht, Nico? Ja, 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 es ist wirklich schwierig. Ja, Leben und Alltag und so, das ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach. Es ist einfach so. Wir haben natürlich prompt vergessen, dass wir eine Form darauf, also bevor wir live noch schnell Odessa starten, also das Aufnahmeprogramm für unseren Podcaster, machen wir das jetzt so schnell. Bist du nachher, Nico? Ich bin nachher. Also komm, wir starten schnell. Ich starte es 3, 2, 1, so. Jetzt müssen wir noch schnell klappen. Also, warte schnell. So, jetzt seid ihr mal live beim Clap dabei, das machen wir sonst immer vorher. Ja. Aber we gon clap da, we gon clap da. Also, los. 3, 2, 1. Jetzt seht ihr auch, dass wir eine kleine Verschiebung haben. Jetzt seht ihr mal, dass es darum aufgrund dieser Verschiebung gar nicht so einfach ist, diesen Podcast aufzunehmen. Darum schnurren wir uns nämlich die ganze Zeit rein. Yes, exactly. Vor allem eben Nico. Du siehst, genau das meine ich. Ich glaube, man könnte es irgendwie anpassen, indem man den Aufnahmedelay analysieren würde und dann probieren würde. Ja, wir müssen uns auch nicht unbedingt über Discord aufnehmen, natürlich. Aber das machen wir auch. Hey, die Crazy Cat Lady ist da. Ahoy! Hoi, Crazy Cat Lady. Ich hoffe, es geht dir gut. Wir haben uns leider noch verpasst. Da hast du schon drüber gehört, du bist noch Arfaba vorbeikommen. Aber leider sind wir beide dann gerade nicht rum. So sad. Doch, ich habe sie kurz gesehen. Ah schon? Ja, ich habe sie kurz gesehen. Sie ist zum Tombola Rat gekommen. Da habe ich sie kurz gesehen. Ich glaube, sie war als Hexverkleider, aber nicht ganz sicher. Ja, okay. Also ein Cosplay oder sonst eine Hex? Ich weiss es aber nicht. Ich weiss es wirklich nicht. Das müsste ich uns noch sagen. Ja. Genau. Ähm, ja, jetzt muss ich noch schnell... Jetzt muss ich noch schnell schauen hier, so. Also das Cosplay war das. Was war das für ein Cosplay? Crazy Cat Lady. Vielleicht auch das Crazy Cat Witch. Wahrscheinlich, ja. Oder Termine. Termine Granger. Ah ja, Termine. Mit Hexenhut. Auch ein wenig. Termine Granger ist so das easy Cosplay eigentlich. Und du musst auch Jeans anlegen, ein violets T-Shirt, dann machst du dir einen Zopf. Ein bisschen dreckiges Gesicht und dann... Einen Zopf? Ja, Termine Granger. Weisst du, im 7. Teil läuft sie eigentlich... Ah, okay. Aber dann verwechseln sie die Leute... Dann verwechseln sie die Leute dann mit einer Lara Croft oder so. Ah, hallo? Hast du dich zweimal angeschaut? Die Unterscheidung? Hey, Nico. Nur weil es eine Frau ist und es einen Zopf hat, ist es nicht die gleiche Person. Halt, 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 halt. Nur weil es zwei Brüste hat, Nico, und ein Zopf ist es nicht die gleiche Figur. Hallo? Wow. Was? Und Crazy Cat Lady war als Superwoman verkleidet da mit ihren Hexen? Gut, dadurch muss ich natürlich Nico ein bisschen in Schutz nehmen. Ich weiss, wie es ist an solchen Events, wenn man tausende Leute sieht, dann ist es immer sehr schwierig, im Nachhinein zu rekapitulieren, wer was hatte. Das ist wirklich nicht einfach. Man redet mit so vielen Leuten, die so viel Eindrücken an so einer Messe. Definitiv. Ähm... Oh, weisst du, was hast du vergessen? Ja, nein, warte, ich habe noch etwas vergessen. Was, was, was? Ja, ich muss da schnell automatische Dinge rein tun. Ähm... Es ist das automatische Announcement, dass wir den Podcast aufnehmen. Unbettig. Ist das schön? Ist das, äh, ja... Ich bin nicht informiert, dass wir da nicht, äh, gibt es sofort keine Antworten, das wäre natürlich schade. Okay, es hat rote Linsen drin, ja gut. Rote Kontaktlinsen. Aha. Sieht natürlich schon ein bisschen hexig aus nachher. Ja, vielleicht. Oder vampirig. Oder vampirig, ja. So, awesome. Ähm... Ich muss schnell schauen. Ich wollte nur eine Story teilen. Ja, die Dingselt, hast du gesehen? Hast du meine Dingselt? Ja, die Dingselt. Ja, ich bin lieb. Ja, die Tagged. Ja, ich habe schon gedacht. Darum habe ich es gemacht. Oh wow. Ja, das wird wieder ein sehr guter Podcast. Ich freue mich. Zumal die Pause, die sind aber nicht guter. Ich sehe es im Fall nicht. Oh mein Gott. Ah, ich habe die auf Instagram gehalten. Ja, aber ich sehe es nicht. Ah, mein Handy ist schon abgegangen. Oder mein Instagram ist irgendwie langsamer geworden. Ich habe nicht das Gefühl. Instagram ist vor allem scheisse geworden. Ja, es sieht mega scheisse aus jetzt. Ja? Sorry alle Instagram-Fans, aber das... Also vor allem... Jetzt habe ich ja voll Fokus auf Videos und Reels und das... Und vor allem sie haben immer den Ton offen. Ist das schon mal aufgefallen? Wenn du Instagram auftust, dann kommt das Reel oder das Video. Das stimmt. Das ist immer der Ton automatisch. Ich hasse das. Das ist so mühsam. Das stimmt. Du hast recht. Ähm... Ich weiss aber nicht, warum ist das so. Weil sie einfach wie TikTok sein wollen. Ja, 100 Pro. Die haben einfach TikTok kopiert. Aber es nervt. So oder so. Es nervt. Naja. Wir sind nicht hier, um über Social Media Plattformen abzulästern. Überhaupt nicht. Oder? 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 Who knows? Wir könnten über Gaming Social Media Plattformen... Gibt es das nicht? Oh, Steffi. Hast du gewusst, dass es so eine Dating-App gibt? Hinten? Hinten? Nein! Sie seien... Wow. Nein. Ja, komm jetzt. Steffi, hast du gewusst, dass es Tinder gibt? Nein! Hey, ich bin seit etwa drei Jahren raus aus dem Dating-App-Game. Ein Summeleit. Ja, Steffi, ist gut. Wir wissen es. Also, ich habe folgendes gesagt. Du kannst dir jemanden suchen, um mit ihm oder ihren gamen. Hast du das mal gesehen? Das Ding. Es ist so, dass du zahlst. Ja. Für das dann auch ein Gamer-Gespändchen hast. Und meistens ist es halt so, dass er sich mega viel E-Girls anmelden. Ja, das kenne ich ja. Und die machen cool mit dem. Ja, das glaube ich. Ich wollte mal eine Gamer-Dating-Plattform machen. Das wäre cool. Aber ja. Das ist das Langerste. Wie hat es denn er genannt? Joystick? Natürlich. Natürlich. Vielleicht hätte ich es einfach Geek-Stick genannt. Ein Geek-Stick? Okay. Okay, okay, okay. Okay, egal. Ähm. Ähm. Wer hat heute noch Insta? Ich habe es mal fast gelöscht. Und jetzt bin ich wieder verdammt auf den Geschmack gekommen. Ich muss wirklich sagen, die verdammt Instagram-Stories finde ich schon mega fancy. Das habe ich echt gerne bekommen. Das ist das Einzige, was heute noch funktioniert. Aber äh, also für solche Kommunikation. Ich meine, Crazy Cat-Lady, was meinst du denn da? Was hast du denn da in diesem Fall? Also gibt es etwas Modernes als Insta? TikTok? Ja, natürlich. Ja. Auf TikTok kannst du jetzt auch Storys machen, weisst du? Ja, aber TikTok ist so fucking mühsam. Hey, TikTok ist cool, gell? Also tschuldigung. Hey, sorry. Aber auf Instagram, ähm, bin ich, bin ich, also wenn ich Instagram auftue, bin ich vielleicht 10 Minuten auf dieser Plattform. Und dann gehe ich wieder raus. Aber TikTok? Oh. Auf TikTok? Ey, eine Stunde durch, ohne dass ich es am Fall gemerkt habe. Das ist schlimm. Auf TikTok bin ich wirklich, also das geht so schnell. Das ist wirklich crazy. Okay. Okay. Hey, Crazy Cat-Lady, ich habe den Dings geteilt, den Link für Discord. Natürlich haben wir Discord. Und ja, eben, siehst du das auf TikTok. TikTok ist halt, wir haben übrigens auch TikTok. Ja. Haben wir auch. Aber wir sind jetzt halt durch einen Summer-Post nicht mehr so aktiv gewesen. Von daher, ja, schaut mal vorbei. Instagram haben wir nicht. Genau, schaut mal. Oh, meine Katze ist... Also Gaming hat kein Instagram, das normale Brack hat natürlich Instagram. Ja. 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 Wir haben dort auch, und das können wir nachher auch im Recap noch schnell sagen, äh, ein Fotobooth gehabt. Cat-Content! Ui! Ui! Steffi macht jetzt schnell Cat-Content. Das ist, äh... Oh Mann, sie ist schockt. Aber hey, sie läuft dem Fall... Ja, sie ist schockt. Sie läuft dem Fall nicht auf die Tastatur drauf. Sie macht einen verdammten Dings über die Tastatur drüber. Wirklich so ein Schätzchen. Sie kommt da drüber? Sie läuft nicht... Wow. Sie steht nicht auf die Tastatur drauf. Sie läuft wirklich drüber. Also... Sie ist super intelligent. Sie kommt ganz nach mehr. Das hast du jetzt doch gesagt. Hey Nico! Ja, sie hat das Gesicht gesehen. Äh, item. 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 Eigentlich sind wir ja da. Also... Aber wobei ähm... Weit ihr sonst noch... Haben wir sonst noch Plattformen? Also Twitter haben wir natürlich, wenn wir schon dabei sind. Ähm... Genau. Was haben wir sonst noch? Nichts, glaube ich. Also ja, der Podcast natürlich. Gell? Also... Genau, den Podcast. Den Podcast haben wir noch. Genau. Und unser Streaming... Ähm... ...durch die Woche. Ja, da sind wir ja jetzt... Oder aber im Timetable sind. Ja, da sind wir ja jetzt... Oh ja, apropos. Ich muss das noch aktivieren. Upsi. Hehe. Muss ich das noch mal machen. Ähm... Ich habe vergessen, unseren Zeitplan wieder zu aktuell... Also wieder äh... Anzuschalten. Weil ähm... Ich habe jetzt Dings gemacht... Weisst du... Wie sagt man... Ähm... Hilf mir! Wie sagt man? Ich weiss... Urlaubsmodus! Ah... 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 Okay... Ah... Okay... Okay... Also mit Twitch kannst du den Urlaubsmodus rein tun. Ja... Ich sehe gerade, der ist gar nicht mehr aktiv... Ah ja, schau! Der aktiviert es ja von alleine. Ah, wie so schlau bin! Ich habe uns natürlich eingegeben, dass es nur bis zum 10. Juni ist! Ah! Ich bin so gut! Das ist schon cool, wenn man sich selber austrickst, he? Ich bin so gut, he! Wahnsinn! Einfach Dings stimmen noch nicht. Ähm... Und Games... Die Games stimmen natürlich noch nicht. Aber äh... Es kommt ja um! Übrigens haben wir eine kleine Anpassung am Stream-Schedule an allgemein. Also für diese Woche haben wir eine kleine Änderung. Diese Woche, ähm... Am Dienstag haben wir keine Pen & Paper. Das findet am Freitag statt. Das haben wir auf den Freitag verschieben, weil Cyril ähm... Am Dienstag ein ganztägiges Meeting oder so hat. Also Wahnsinn! Und äh... Darum ist Pen & Paper jetzt am Freitag. Und ähm... Es wird aber grundsätzlich auch so sein, dass die Freitags-Streams mit dem Marco, also mit dem Blake, ähm, ausfallen. Also beziehungsweise er hat leider aufhören, weil er keine Zeit mehr hat. Jetzt wird er dem September auch gleich Papi. Also die ganze Vorbereitungsphase fängt an. Und ja, das ist natürlich verständlich, dass er keine Zeit mehr hat. Ja, sicher. Auch noch so ein Streaming. Und andere Brio setzen. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Und darum... Stimmen wir auch. Yes. Wird es vielleicht auch eine kleine Änderung geben mit dem... mit dem Stream-Tag, sage ich jetzt einmal. Es kann gut sein, dass ich vielleicht auf den Freitag wechsle. Mal schauen. Oder vielleicht finden wir jemanden Neues, der einen Blakesy-Part übernimmt. Vielleicht übernehmen wir auch jemanden, der den Ziesti für mich übernimmt, dass ich am Freitag streamen kann. Ja, das... Also... Ich würde ganz gerne einen Freitag streamen, was ich zugehe. Aber ja, ähm... Mal schauen, mal schauen. Mal schauen, ob wir jemanden finden, der den Ziesti übernehmen könnte. Eventuell. Das wäre schon nice. Ja. Ich habe ja hauptsächlich den Ziesti über Novo auch in anderen Tagen schon besetzt. Einfach den letzten Tag, der er übrigens war. Ja, ist ja wahr. Ja, ja, ja. Verständlich. Der Kotis Feed hat noch gefunden, Shoutout an die Glatzen-Community. Finde ich gut. Shoutout an die Glatzen-Community. Bin ich voll dafür. Ich finde Glatzen irgendwie cool. Mir gefällt Glatzen noch. Muss ich ihm voll zugeben. Der Koffi ist super. Das ist die beste Glatzen, die ich kenne. Nice. Ähm, CrazyCatLady hat noch geschrieben. So, jetzt habe ich euch auf Discord. Danke für den Link. Sehr gerne, CrazyCatLady. Merci dir vielmals. Einfach regelmässig drin posten. Ich kann mir etwas schreiben. Das war ganz cool. Wir müssen die Discord-Community ein wenig anheizen, Leute. Wir müssen uns ein wenig anheizen. Es ist nur ein wenig aufgebaut. Sie haben alle klein geschlafen dort drin. Wahnsinn. Und ich weiss, übrigens muss sie so. Süße Katze. Merci vielmals. Es ist super herzig. Mein Bonbon. Ja. Ja. Sie ist 16 Wochen Abend. Sie ist so ein Schätzchen. Ja, okay. Ich bekomme eine ganze Vollimus. Also, ich würde sagen, wenn wir rein starten in die... Ähm, ja, warte schnell. Gibt es eine Pen & Paper-Kategorie? Wir haben eine, ja. Ich glaube schon. Dungeons & Dragons. Ist es eigentlich das? Und es wird am Freitag 1 stattfinden. So. Ja, voll perfekt. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Gut, dann haben wir es ja jetzt wieder, äh, geschafft. Sind wir wieder up to date? Ist das in dem Fall... Nice. Also, unser Twitch-Schedule ist up to date. Einmal für diese Woche. Nächste Woche ist es wieder anders. Ja, genau. So. Aber ja. Perfekt. 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 Ah, so. Ah, es ist schön, wenn es funktioniert und läuft auch. Ist mega, mega nice. Aber wir sind ja heute eigentlich da wegen unserem Podcast. Nicht warm? Yes. Soviel Kompliment. Walla ist Milze. Geht. Ist Milze auch, aber weil es warm ist. Und wenn nicht so cute ist. Ja. Hm? Ja, ich habe es gehört. Okay. Danke. Ich hätte mir gesagt, äh, wehr am Simpel. Nein, ähm... Für meine Pony natürlich nur. Nur für die Pony. Natürlich für... Vor dem Stream war es noch für jemand anderem so Simpel. Also es wechselt schnell. Oh wow, wie du dir so Zeug merkst. Krass. Natürlich merke ich mir so Zeug. Oh shit. Ich meine, wenn man davon ausgeht, dass alles aus Zöpfen und zwei Brüsten die gleiche Person ist. Hey, hey, hey. Also jetzt... Hey, das wirst du oft hören. Ich sag dir's. Ich mache es ruhig, wie wir schnell kurz ein bisschen bremsen. Hey, der Podcast hat noch nicht angefangen, Nico. Ah, ich glaube, ich habe zu viel von den Lara Crofts gesehen, an der Fantasies. Es hat mega viel gekommen. Es gibt aber auch jedes Mal wieder sehr viel. Das ist so, ja. Das ist definitiv so. Ah, jetzt haben wir noch so einen. Ja, ja, ja. Der Jota High Pado. Äh, Pado. Sorry. Nico, Alter. Hey, nein. Hey, nein. Guten Tag. Okay, Nico, sind wir wach? Ja. Wollen wir den Podcast starten? Ja. Wir sind auch. Okay, gut. Läuft mein Audacity noch? Ich hoffe es gut. Zum Glück habe ich das alles schon aufgenommen. Zum Glück haben wir das alles schon aufgenommen. Ich glaube, ich schneide den Teil noch rein. So ganz zum Schluss. Das kannst du machen, einfach so for the lols. Ja, eben. Das habe ich fast schon mal gemacht. Aber ich gehe mal davon aus, du hörst uns unsere Podcasts nicht auch normal durch. Ich mache es nämlich nicht. Das ist manchmal ein Cringe. Nicht Aui, bin ich ehrlich. Ich schneide auch ganz zum Schluss noch ein bisschen. Also Leute, das nächste Mal, wenn ihr unseren Podcast auf Spotify hört. Wir sind übrigens jetzt auch noch auf allen anderen möglichen Plattformen gelistet. Also nicht nur auf Spotify. Also Apple Music sind wir jetzt auch. Äh, Apple Podcasts. Und was es so schnell alles so gibt. Google Podcasts und alles. Sind wir auf Tidal? Das weiss ich nicht. Ich habe einfach mal alles aktiviert, was ich aktivieren konnte. Okay, nice. Nice. Müssen wir schauen, müssen wir schauen. Aber, yes. Podcast. Genau. Dann machen wir schnell eine obligatorische Durchschnuffpause und Trinkpause. Und, genau. Ah, Moment. Bevor wir die obligatorische Durchschnuff- und Trinkpause machen, bevor wir den Podcast starten, noch kurze Info an alle unsere werten Zuhörer und Zuhörerinnen und auch Zuschauer und Zuschauerinnen. Ähm, wir nehmen jetzt gerade einen Podcast auf. Das bedeutet, wir können leider nicht auf eure Kommentare real life eingehen. Also real time meine ich eingehen. Äh, aber ihr dürft natürlich trotzdem, äh, eure Kommentare, Meinungen und so weiter in die Chat schreiben. Und wir gehen mega gerne, äh, anschliessend nach dem Podcast, und passen darauf ein. Pony, nicht mein Kabel fressen. Nein. Was? Pony, Pony hat... Pony hat gerade... Pony hat gerade das Dongle gefunden von Logitech-Maus, sonst findet sie gerade sehr lustig. Aha. Ah. Du? Nein. Du musst mich gar nicht anfangen. Hat sie dich angefangen? Hups. Nein, also sie hat immer... So angemialt, hat sie immer. So angemotzt. Sie ist wirklich genau wie du. Genau wie ich. Man darf vielleicht nicht das Kabel wegnehmen. Ja. Also. Ist gut. Iu. Pause. Wir sind wieder zurück, Nico und ich. Nach der Faba und nach unseren Sommerpausen, die viel zu kurz war in meiner Nacht. Für euch sicher hoffentlich viel zu lange. Aber... Ayaloa. Wir sind frisch und munter und erholt. Wir schwitzen uns auch gar nicht irgendwie. Das T-Shirt zu nass, weil es draussen sehr schön warm ist. Und auch meine Katze ist überhaupt nicht so cute. Und liegt hier gerade vor mir und schreit danach, dass sie sich krallen und kuscheln und abknutschen. Aber das soll es ja heute nicht gehen. Sondern wir sind... Wir sind da für Gaming News. Nicht wahr? Gell, Nico? Wir sind da für Gaming News. Yes. Gaming News. Und wir freuen uns natürlich, seid ihr alle wieder da. Yes. Hört ihr wieder rein. Und informiert euch durch uns, was läuft in der Gaming-Welt. Ja, Steffi, was haben wir heute so auf dem Programm? Ach, vor allem schauen wir heute zuerst einmal auf die Fantasy Basel zurück. Wir hatten ja nach der Fantasy Basel keine Podcasts, wo ja zwei Wochen Pause waren. Eines unter anderem auch wegen Pfingstmandy natürlich. Da schauen wir ein bisschen darauf zurück. Es ist da jetzt schon zwei Wochen her, aber es war trotzdem sehr geil. Darum müssen wir unbedingt noch einmal unsere Highlights rekapitulieren lassen. Dann ist auch noch Summer Game Fest 2022 gewesen. Da werfen wir einen ganz kurzen Blick aber noch mal drauf. Dann haben wir coole News zu Gaming Musik, beziehungsweise zu Awards, also Auszeichnungen bezüglich Gaming Musik. Es geht um Mario Stryker Release, also das neue Nintendo-Game, welches ja schon ganz kurz geht auf Starfield ein und auf Stray natürlich, wenn wir schon bei Katzen sind. Wie könnte es auch anders sein? Das sind die Buff-Themen, aber wie gesagt, es sind schon sehr viele Buff-Themen. Bei Krit gehen wir jetzt gleich weiter mit Sonic Frontiers und Diablo Immortal. Und wir haben natürlich einen Fail der Woche wieder einmal. Ähm, ja, also der ist zu, ach, facepalmig. Also wirklich, ich weiss nicht, was ich anders dazu sagen soll. Wartet jetzt ab. Es ist wirklich… Es wird auch stinkt. Ja, also es ist wirklich, um sich an den Kopf zu legen. Es hinterlässt sehr viel emotionalen Damage. Und ähm… Emotional Damage. Genau. Laut haben wir diese Sommerpause irgendwie auch gar nicht wirklich Gamings oder Technisches gehabt, aber danach haben wir sehr viel einkauft und shoppt. Schliesslich findet unser Leben ja auch ausserhalb des Gaming-Gebiet irgendwie statt, nicht wahr. Und ja, das sind so unsere Themen für heute. Und ich würde sagen, wir starten gerade mit dem ersten. Und zwar ist das Fantasy Basel Recap. Let's go. Yes. Wolltest du auch? Also. Ja. Keine Frage. Ich habe nur noch mal so eine Kurve. Also, wir waren ja dieses Jahr an Fantasy Basel mit dem BRAK Gaming Team. Ja und sind wir ehrlich, wir hatten mit Abstand den geilsten Tourenstand. Genau. In der ganzen Halle. Ja, in der ganzen Halle. Also, wir hatten wirklich permanent eine riesen Schlange von Leuten, die bei uns angestanden sind. Ähm, vielleicht können wir sogar irgendein Bild zeigen. Wir haben sogar noch irgendein Foto. Ähm, ich habe das nicht vorbereitet. Sorry, ich habe das jetzt nicht und schnell rauszusuchen. Auf jeden Fall. Ähm, ja. Wenn ihr die Ärzte gewesen seid, ihr habt es gesehen, es ist wirklich so gewesen, dass ich teilweise gedacht habe, hey, wenn die Leute auf den Arsch stehen hören, wenn ist es ihnen genug, wenn sagen sie mal, okay, mal nicht mehr. Aber das Ding ist halt, es hat jeder mal wollen. Und es war ein Tombola-Glücksrad. Wir hatten mega viele coole Sachen gewinnen. Und wir haben einfach wieder mal gemerkt, hey, wenn die Leute wissen, es gibt etwas Gratis, ist der Arschlurm riesig. Also, wir hatten natürlich mega Freude. Ja, es ist halt genau das. Es gab Sachen gratis, die man gewinnen konnte. Und zwar zum Teil, wirklich geil ist ein Scheiss. Das stimmt. Du bist, glaube ich, am Glücksrad gewesen, die ganzen drei Tage. Ja. Was konnten wir so gewinnen? Ähm, wir haben unter anderem von Revel, das ist, äh, so eine Marke, wo so ein Modell rausgibt. So ein Modell aus, ähm, Metall oder auch Plastik, wo man dann zusammenbauen und aufstellen kann. Und wir hatten von Revel ganz, ganz coole Star Wars-Modellen, welche wir haben dürfen rausgeben als Giveaways, wenn es jemand gewonnen hat. Und, äh, diese Modelle sind einfach mega cool gewesen. Also, da haben wir Star Wars TIE Fighter gehabt. Wir haben, ähm, ähm, Kylo Ren, sein Raumschiff gehabt. Wir haben sogar, äh, zehn, ähm, wie heisst sie, Millennium Falcons gehabt. Ähm, die waren sehr schnell weg, die hat natürlich jeder wohl. Ja, logisch. Ähm, nachher haben wir noch mega coole... Sagen wir es so, wir hatten extrem viele Star Wars Sachen. Genau. Wir hatten mega viel Star Wars, aber wir hatten auch noch mega coole Dinge von, ähm, ähm, Masters of the Universe. Mhm. Da haben wir noch, ähm, ich kann sogar, schau jetzt, Steffi, schau jetzt, ich kann sogar, ich kann sogar, ich kann sogar zeigen, wie er von denen ausgesehen, ich kann sogar zeigen. Also, für alle die, die jetzt, äh, den Podcast auf Spotify oder sonst nachhören, sorry, Leute, das nächste Mal müsst ihr auf Twitch dabei schauen. Genau, das nächste Mal müsst ihr auf Twitch schauen. Unter anderem, ähm, zum Beispiel das hier, der Skeletor, ähm, von Masters of the Universe. musst du ja vor dein Gesicht haben. Ja. So. Und es spiegelt ein bisschen stark. Ja, es ist krass. Ähm, auf jeden Fall, solche Actionfiguren hat es zum Beispiel auch gegeben. Und die sind mega cool gewesen. Mhm. Und die sind mega begeistert, weil, die gibt es nicht, äh, einfach so, zum, äh, äh, zu stellen, genau zum Kaufen, sondern die sind eben, ähm, spezielle Actionfiguren, die auch einen gewissen Wert haben. Unter anderem haben wir auch, ähm, sehr coole Giveaways gehabt. Darum lassen sie unbedingt eingeschweisst, packen sie nicht aus, halten sie auf vor 20 Jahren. Nein, die haben richtig viel Wert. Ja, ja, genau. Also bei diesen Figuren sowieso. Wir haben ja auch Swamp-Thing von uns. Darum hat sich ja der Nico einer gesneigt, gell? Ja, ja. Der Nico hat das bekommen für seine gute Arbeit, he? Ja, du hast ja auch gute Arbeit gemacht, ja. Merci vielmals. Auf jeden Fall, äh, genau solche Zeug haben wir gehabt. Nachher haben wir natürlich aber auch ein cooles Bragg-Zeug gehabt, zum Beispiel Powerbank, ähm, ein Frisbee, äh, wir hatten einen Schirm, wir hatten Mausmatten, einfach alles, was man so etwas brauchen kann. Wir hatten sogar, ähm, 128 Gigabyte, äh, Speicherkarten. Und ich meine, ich finde das eigentlich mega nice. Das ist viel. 128 sind mega viel. Ja, das ist echt nicht schlecht, ja. Gut, es kommt darauf an. Also, für was war das? Für das Nattel, oder was? Für eben alles. Also, du kannst sie auch in Game-Konsolen tun. Ja gut, also je nach Game ist es nicht so viel. Aber ja, 128 grundsätzlich ist viel. Das ist es. Ja, voll. Vor allem jetzt für das Nattel. Also, wer weiss es nicht, wer kennt es nicht, zu wenig Speicherplatz im Nattel auch bei mir ist es ein riesen Problem. Ah, so nervig. Es ist mega nervig. Du kannst keine Videos mehr machen im richtigen Moment auf das Foto. Äh, ja. Auf jeden Fall. Ähm, das haben wir alles verlassen. Nachher sind noch, äh, mehr coole Sachen dazukommen. Glaub, von, äh, die wir aber nur wenige hatten. Die waren sehr schnell weg. Ähm, zudem haben wir dürfen einen Rocket Games Controller verlassen. Und wisst ihr was? Ja sogar so einen hier. Also, das sind so solche Controller. Ähm. PS5 Controller mit so Triggers. Genau. Genau, wir haben so einen verlassen und meine hier hat jetzt noch leuchtende LEDs und der leuchtet sogar auch noch. Also, die Blitze, die er drauf hat, die leuchten auch noch in allen Farben. Ähm, der ist wirklich mega cool. Also, so einen haben wir auch dürfen verlassen. In einem speziellen, grün-violetten Design. Und, äh, die Steffi hat den live, während ihrem Livestream verlassen. Und das ist halt wirklich mega cool gewesen. Weil wir haben auch gemerkt, wie reaktiv die Leute nachher, ähm, auf, äh, auf einen Stream sind gegangen, uns ein Follow haben gegeben. Und, ganz ehrlich, ich hatte mega Spaß in unserem Stand. Ich hatte mega das Gefühl, es kommt ultra gut an, auch bei den, bei den Besuchern. Mhm. Die haben Brac.ch genau von dieser Seite kennengelernt, wie wir das haben wollen. Und zwar, dass wir Gaming, ähm, in der Schweiz, möchten fördern, auf ein neues Level, ähm, stellen. Und dass wir der Ansprechpartner sind, für alle, die Fragen im Bereich Gaming haben. Ja, das Schöne war ja, dass wir vor allem noch drei andere, ähm, Teile vom Stand hatten. Also, beziehungsweise, das war ja nur ein Teil vom Stand, unser Glücksrad. Wir hatten total vier verschiedene, ich will sagen, Boothes gehabt an unserem Stand. Boothes. Ja, Boothes in März. Ja, Boothes. 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 Das Glücksrad ist natürlich, äh, das gewesen, wo Menschen, äh, logisch, äh, angezogen hat, wo eben, yay, gratis stuff. Wäre schon nicht gerne gratis stuff. Ähm, ähm, nebendran haben wir ja noch aber unser Streaming-Studio aufgebaut, äh, wo immer wieder Leute sind, da hinten gelaufen, wo ich immer so so, ah! Also, ich war ja meistens live im Streamen und, äh, und ich habe auch noch eine Kamera gegen aussen gerichtet gehabt, also, die, äh, mir haben zugeschaut beim Twitch-Streamen, die haben ja auch noch zuschauen, was ich gesehen habe, so in der Halle, meine Aussicht sozusagen. Mhm. Also wirklich gerade eben bei den Verlosungen, die wir hatten, wir haben ja eben, ähm, welche nice Giveaways gemacht, live vor Ort, wo die Leute halt einfach wirklich haben müssen das Zeug so gerade abholen. Und dann hat man wirklich gemerkt, ey, es hat so angezogen, es ist richtig cool gewesen. Wir sind auch noch graded worden, ähm, von einem, ähm, von einem Streamer, der uns auch noch mal live besuchen kam, ins Stream hinein. Es war wirklich verdammt cool gewesen. Also so Zeug fackt einfach mega. Und, ähm, wir waren auch wirklich sehr, sehr viele Stunden am Stück live. und, äh, wir sind natürlich auch durch die Halle gelaufen. Also wir sind, gell, Nico und wir zwei, wir sind zusammen, ähm, am zweiten und dritten Tag, also am Donnerstag, nein, am Freitag, und am Samstagmorgen sind wir noch durch die Halle gelaufen. Ja. Und, äh, das ist, äh, das ist auch cool gewesen. Ich hab mich gerade gezwungen, ein Zweck zu kaufen. Genau. Ich hab mich gerade gezwungen, ich hab so Scambags kaufen müssen, aber Steffi gefunden hat, ja, Nico, das ist mega lustig. Komm, kauf doch so Scambags. Hey, ihr kennt doch die Überraschungstüten, die man an diesen Ständen kaufen kann. Und wirklich, jeder, sechs, sieben Gefühle, läuft mit so einer Überraschungstüte im Zeugdus rum. Und man will immer wissen, was dort drinnen ist. Hey, es ist Scam pur. Leute kaufen das Zeug nicht. Es ist Scam. Es ist ein feuchter Scheissrecken, Pups und ein bisschen Papier, das da drinnen ist. Also wirklich, es ist schrecklich. So Zeug ist drin. So das Lesenzeichen, oder so. Ja, genau. So das Lesenzeichen. Also nein, wirklich, macht es nicht. Bitte, kauft euch nie ein Überraschungspäckchen. Ihr wisst nicht, was sie bekommen, bzw. was sie bekommen, ist wirklich bescheissen. Aber ich glaube, es war ganz cool. Und, ähm, genau, das war die eine Hälfte des Standes. Die zweite Hälfte war dann ein kleiner Shop, wo wir, wie viele Palette waren das? Wir mussten etwa acht Paletteartikel am Mittwochabend einräumen, vor allem jeden einzelnen Artikel von Hand bekleben, mit einem neuen Barcode, und das dann einräumen in den Shop. Und wir sind, gell, Nico und ich, wir waren noch um 10 Uhr dort am Abend. Ja, wir waren um 10 Uhr dort. Und haben noch das Zeug eingeräumt. Die anderen mussten nach Hause gehen, weil sie sonst nicht mehr nach Hause kamen. Wir hatten zum Glück dann schon ein Hotelzimmer. Also, yeah, ein Hotelzimmer. Und, äh, ja, ja, you'll never know what. Nein, nein, das war mir dann schon wichtig. Der Chef war zuerst wohl, und dann habe ich gesagt, nein, ich muss wirklich eins allein haben, sonst kann ich nicht schlafen. Ja, Nico schnarcht, von dem her. Gut, ich konnte auch nicht schlafen, aber andere Geschichte. Nein, wir hatten, äh, eigentlich unsere Gaudi, aber das ist schon, äh, ja, wir haben lange aufgebaut, und, äh, das war der dritte Teil. Der vierte Teil, von unserem Stand, war dann noch ein Fotobus. Da habe ich, bis in den letzten Minuten, noch die, die Folie an der Wand getackert hat. Genau. Also, das ist wirklich, mit den Philips, der Philips Hue, den Streifen, und dann so, die Folie darüber, das war einfach schon nice. Also, ja, hat schon geil ausgesehen. Es ist, es ist, es ist, es ist mega cool gewesen, auf jeden Fall. Ähm, und ich muss so ganz ehrlich sagen, es hat am Anfang, habe ich zuerst gedacht, ja, es wird jetzt auch ein bisschen schwierig, die Leute da zu begeistern, aber nachher hatten wir Mitarbeiter wie zum Beispiel Yves. Der Yves! Schau da, Yves, die das mega cool gemacht hat. Einfach die Leute reinzog und gesagt, hey, das Foto machen, hey, etwas gewinnen. Und wir haben ja tatsächlich, das ist halt das Geile. Sorry. Wir hatten ja auch Gewinner am Schluss. Also, es war ja so, noch schnell zur Erklärung, man konnte in Fotobuf ein cooles Bild machen. Und dann mit dem, das beste Bild, das ist dann von uns bewertet worden. Und der Gewinner hat dann ein Medion Eraser Beast Gaming Notebook gewonnen im Wert von 1'000, äh, was 1'000? 3'000! 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 4'000! 4'000! 4'000! 4'000! 4'000! 4'000! 4'000! 4'000! 5'000! 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 Definitiv. Also, nochmal, äh, Merci an alle Leute vom Team. Ich weiss, ihr schaut hier zu. Ihr habt es super gemacht. Ich bin einfach auch der Meinung, dass wir ein super Team waren. Wir konnten zusammen etwas auf die Beine stellen, was sonst, ganz ehrlich, es wäre nicht möglich gewesen für Leute, die nicht zusammen gearbeitet hätten und Team-Spirit hätten gehabt. So viel waren wir dann gleich nicht für einen Stand, der mega viel Betreuung gebraucht hat. Und es hat einfach alles gegeben, oder? Du bist rund um unseren Stand gelaufen, du hättest gar nie mehr anders hin müssen. Du bist auf allen Orten bedient worden. Mit Gratis-Stuff, mit Gamen im Shop, mit der Fotoboof, mit dir beim Livestream zuschauen. Also von dem her, wirklich all around a good package. Vielen Dank nochmal an alle, die vorbeikamen, die mitgemacht haben. Es war echt geil. Also ich muss sagen, ich bin im Abend sehr, sehr müde, aber es war recht ruckig. Ich habe sehr schlecht geschlafen in diesem Hotelzimmer, das muss ich auch sagen. vor allem die ersten zwei Nächte habe ich praktisch kein Auge zu getan. Dann die dritte Nacht ist es zum Glück einigermassen gegangen. Aber es ist so eine Mess, den ganzen Tag, eine Mess zu arbeiten, das macht schon müde. Also es ist nicht zu unterschätzen, aber es ist jedes Mal wieder geil. Also du gehst komplett k.o., gehst du hei, aber es fängt halt einfach. Es ist halt einfach cool. Genau. Und du freust dich aufgrund von dem auch jedes Mal wieder auf die nächste Messe. Von dem her, ja. Das ist genau so. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, er hat jetzt mir am meisten Spass gemacht. Ich habe ja schon als Barmessner gearbeitet und das hat mir jetzt wirklich am meisten Spass gemacht. Einfach auch, weil du gewusst hast und gemerkt hast, du machst so viele Leute glücklich mit einfach gratis Duffer-Date. Ja gut, logisch. Das ist so lustig. Beim Hero Fest letztes Jahr sind wir ja auch nur mit dem Glücksrad dort vor Ort gewesen, weil dort hatten wir gar keine Zeit zum Grossen im Voraus zu planen. Es war eine mega Last-Minute-Entscheidung, dass wir als Hero Fest gehen. Und darum haben wir einfach ein Glücksrad hingestellt, fertig. Aber auch das. Also es war crazy. Es sind so viele Leute zu uns gekommen. Es hat halt wirklich mega gefakt. Also vor allem auch immer mit den Leuten schnurren, um uns kennenzulernen und schauen, was das für Leute sind. Das ist echt, echt nice. Und was man natürlich an dieser Stelle auch sagen kann, ich glaube, wir sind vorgesetzt, dass sie auch recht begeistert waren. Also so ein bisschen die erste hohe Etage. So, wir haben ja auch Besuch bekommen. Und ich habe immer gesagt, so, oh, gar nicht gewusst, dass es so viele Gamer gibt. Und ich so, äh. Okay, ja. Auf jeden Fall. Nein, es war super. Es war gut. Es war gut. Es war gut. Es war gut. Es war ja auch sehr viel los. Wahnsinn. Übrigens ist auch, ich weiss gar nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ähm. Also Fantasy Basel hat ja wie jedes Jahr, ausser letztes Jahr natürlich, aber ja, das war Corona-bedingt und wo es immer verschoben wurde. Aber Fantasy Basel hat ja eigentlich jedes Jahr immer wie mehr Zuschauerzahlen, also Besucherzahlen können schreiben. Und auch dieses Jahr haben sie jetzt wirklich einen Rekord gebrochen. über 61'000 Besucher über diese drei Tage. Das ist Wahnsinn. 61'000 Besucher. Es ist wirklich, also es ist wirklich mega, mega. Ähm. Auch toll gewesen, das einfach zu sehen, den Auflauf. Ähm. Und Steffi hat jetzt auch noch gesehen, dass der, ähm, Gewinner von unserem, äh, Fotoboof-Wettbewerb, übrigens noch, äh, Post gemacht hat, um uns zu danken, habe ich gesehen, in dem er sich selber gemalt und animiert hat. Ah, das ist ein Sie, das habe ich gesehen. Das ist recht nice. Hast du es gesehen? Mhm. Er hat geschrieben, I won a gaming laptop from Brock.ch at Fantasy Basel. Finally, I can animate on the go and render the animation much faster. Thank you so much Brock.ch. Ja, das habe ich gesehen. Super geil. Das ist einfach herzig. Ja. Weil eben, wenn man weiss, dass jemand etwas gewonnen hat, das man auch brauchen kann, das ist natürlich immer besonders schön. Genau. Ja, mega cool. Da haben wir doch Freude. Wir haben mega Freude. Und, ähm, wir sind, glaube ich, vom Recap her, ah, wir sollten vielleicht noch sagen, dass wir, wir haben zweimal eine Tour gemacht, gell, Steffi? Aber ja, am Freitag und Samstagmorgen jeweils ja, genau. Und Steffi ist dann auch noch, äh, und ich auch, wir sind noch eingesalbt worden vom Bruder Ignatius. Hat er, glaube ich, geheißen, oder? Mit einem altjapanischen Öl, genau. Mit einem ätherischen Öl und so. Mit einem ätherischen Öl und so. Es ist auf jeden Fall fantastisch. Ja. Also du hast ja jetzt das noch zu Hause, gell? Ja, natürlich. Es ist super. Es ist sensationell. Ich kenne sie eigentlich schon. Ich habe sie schon gekannt. Ich habe sie schon gekannt. Und, ähm, ja, ich wusste einfach nie, wo ich das herbekomme. Und, äh, ich musste natürlich zuschlagen. Also du wusstest, es hat eine aphrotisierende Wirkung, oder? Absolut natürlich. Man ist instant horny. Ich habe sie nicht gemerkt. Ja, da hast du gerade sprachlos in Nico. Ja, das erklärt einiges auf dem Fall. Okay, das ist gut. Ja, aber dann weiss ich jetzt immer, auf was ich... Ja. Okay. Ähm... Nico, du darfst jetzt immer alles so ernst nehmen, was ich sage. Hey, natürlich nicht. Hey, nein. Take me serious, mit Sarkasmus bitte. Ja, okay. Natürlich, natürlich. Ähm... Nein, aber genau. Ja, die nächste... Die nächste Messe, die ja ist, ist ja die Gamescom. Auf die sind wir auch schon sehr, sehr gespannt. Ähm... Stimmt. Und, ähm... Der Rest ist irgendwann im Herbst. Das geht noch ein paar Monate. Auch nicht mehr so lange. Das ist ja... Hey, es ist so crazy. Ich habe wirklich gesagt... Hey, es ist schon... Es ist schon Mitte... Jahr. Die Hälfte vom Jahr ist schon durch. Ist dir das bewusst? Krass, oder? Ja, du, ich weiss noch. Als ich angefangen habe bei Brach.ch... Ich habe gedacht, das ist noch nicht so lange her. Aber es ist schon lange her. Also ich bin jetzt über ein Jahr da. Ähm... Mit Twitch haben wir auch vor sechs Monaten angefangen. Stimmt. Stimmt krass, oder? Was denn? Im Januar haben wir angefangen. Ja. Vor einem halben Jahr haben wir angefangen. Im Januar. Wahnsinn. Es geht so schnell. Es geht so schnell. Ja, Gamescom ist als nächstes. Da freuen wir uns natürlich auch schon enorm drauf. Ähm... Was aber in der Zwischenzeit noch war... Also... Theoretisch wäre ich sie, sagen wir es so. Wäre die E3 gewesen. Aber die E3 hat ja schon... Also letztes Jahr hat sie nur online stattgefunden. Und dieses Jahr haben sie sie jetzt sogar komplett abgesagt. Weil ich glaube, sie haben selber gemerkt, so... Hey, so eine Gaming-Veranstaltung... Es lohnt sich nicht, wenn es nur online stattfindet. Beziehungsweise die ganzen Aussteller haben das geschnallt. Dass es überhaupt keinen Sinn macht, sich einen Slot zu kaufen, bei einer Online-Veranstaltung, bei der E3, wenn sie diese Online-Veranstaltung einfach selber machen können. Und äh... Ja, jetzt haben wahrscheinlich ganz viele so... Äh... Publisher und Entwickler ihre E3-Slots nicht mehr buchen. Darum hat E3 selber gar nicht mehr stattgefunden. Was aber stattgefunden hat, ist so Sachen wie Summer Game Fest. Und äh... Oh, Devolver Showcases hat es gegeben und so weiter. Und ähm... Ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht wirklich gross einen Blick darauf werfen können. Ähm... Wir haben es ganz kurz angeschaut, Nico und ich, was es so gibt. Ähm... Es hat ein paar krasse Sachen dabei. Ähm... Z.B. das Last of Us Remake, das sicher auf viel, ähm... Freude gestossen hat, sage ich jetzt einmal. Ähm... Oder auch God of War, ähm... Ragnarök, also der Nachfolger von God of War, hat jetzt endlich ein Release-Datum. Also... Anscheinend soll es im November erscheinen. Ähm... Und äh... Es gibt auch einen neuen Goat Simulator. Ähm... Es ist auch... Dings ist ja... Wie heisst es? Ähm... Während Gamescom ist das angekündet worden. Genau. Das weiss ich nämlich noch. Seitdem habe ich das auf dem Schirm. Und denke ich mir jedes Mal so, hey, ich will, dass das Spiel rauskommt. Du meinst einfach so eine Sekte von Schäfchen. Das ist super geil. Genau. Das kleine, herzige, fluffige Schäfchen. Auf einer Sekte gründen. So gut. Übrigens fantastisch. Es ist... Es ist wirklich ähm... Es ist eigentlich auch ein sehr interessantes Spiel, das eben auch gerade mit einem Thema spielt. Das vielleicht für viele Leute äh... ein Trigger-Thema ist aber nachher halt... Es macht es so lustig. Und es macht es ein wenig lustig darüber. Und... Darum ist es wieder voll okay. Also... Ich denke so. Ähm... Was auch announced worden ist, ist Stormgate. Das ist ein neues RTS. Also Realtime Strategy. Also Echtzeitstrategiespiel. Ähm... Von der Macher von StarCraft und WarCraft. Also die wissen, wie man das macht. Ähm... WarCraft und StarCraft sind ja die RTS-Games... Ja... Überhaupt. Vor allem, wenn man im eSports herumschaut. Ich meine, StarCraft war das allererste eSports-Game überhaupt. Mit dem hat eSports gestartet in Südkorea damals. Ähm... Und von dem her, äh... Ja... Ich denke mal, es könnte geil werden. Aber man muss es natürlich auch immer mit Vorsicht geniessen. Weil RTS sind extrem schwierig zu machen. Ja... Es gibt eine extrem hohe Einstiegshürde, sage ich jetzt einmal. Sie sind wahnsinnig schwierig zu lernen. Also wirklich zu tief reinkommen. Und darum haben RTS zwar eine sehr treue Community, aber halt nicht eine sehr grosse. Wenn man RTS geil findet, dann bleibt man bei RTS. Dann spielt man immer wieder RTS. Aber mal als Anfänger in ein RTS reinkommen, ist nicht einfach. Du musst dich wirklich verdammten. Ja... Aber äh... Ich bin sehr gespannt, wie das wird, der Stormgate. Muss ich wirklich sagen. Ich habe auch kurz reingeschaut, ähm... Also... Also ich gehe mit grossen Hoffnungen rein. Wie du gesagt hast, äh... Äh... StarCraft... Von den StarCraft-Machern erwartet man natürlich schon ein bisschen Qualität. Definitiv. Es ist äh... Wir lassen uns überraschen. Ja. Und ich sage nur noch eins, Nico. Hässige Füsse! Hässige Füsse! Hässige Füsse! Hässige Füsse! Hässige Füsse! Beziehungsweise ein hässiger Fuss. So. Es ist ja eine Zahl. Es ist nicht mehr Zahl. Aber trotzdem müssen wir lachen. Also es ist wirklich... Es ist das Game von Devolver. Ähm... Was ich ja ohne... Nie so ein bisschen... Nie richtig ernst nehme. Nein. Also wenn es ein Publisher gibt, der sich selber nicht ernst nimmt. Und genau deswegen so cool ist das Devolver. Und äh... Das stimmt. Ja, also eben auch das... Es ist... Es ist das... Ja... Es ist ein... Du kickst einfach alles ein. Du spürst basically einen Typ, der einfach alles eintritt. Also Türen, Bönsche, etc. Genau. Und äh... Und äh... Yes. Aber wir gehen gar nicht zu fest auf diese ein. Wir wollen uns auf nächste Woche noch ein bisschen mehr informieren und dann werden wir noch ein bisschen mehr über die einzelnen Games sprechen. Ich will nicht versprechen, aber eventuell kann es sein, dass wir eine Sondersendung machen müssen. Wir haben uns diese Woche bzw. heute, als wir aus den Ferien zurückgekommen sind, noch nicht entschieden, ob wir das schon machen wollen oder nicht. Aber wir schauen uns das noch an. Vielleicht machen wir eine Special-Sendung, wo wir uns die ganzen coolen Gamers, die jetzt angekündigt worden sind, noch einmal anschauen. Es braucht definitiv eine Special-Sendung. Es ist so viel cooles Zeug herausgekommen und wir haben keine Chance, nur in eine Stunde oder sogar in eineinhalb. Es ist so viel. Es ist wirklich so viel. Letztes Jahr habe ich ja Blog-Posts zugeschrieben. Sie sind erstens ewig lang geworden und zweitens habe ich jeden Tag Blog-Posts zugeschrieben. Ich habe ja unsere Blog-Übersicht komplett überschwemmt mit Gaming-Stuff. Sie waren ja nicht so happy. Aber genau darum haben wir jetzt unseren Podcast. Mit dem dürfen wir machen, was wir wollen. Eine Special-Sendung wäre schon nice. Aber die haben die halt nicht gekannt. Gell Steffi? Once you got the Steffi in the Team, always all is gaming. Ja, so ist es. So ist es. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl wir so viele neue Releases und alles haben, haben wir natürlich gleich noch ganz kurz ein paar Themen, die wir anschneiden wollen. Yes. Nur mal kurz, um mich zu informieren. Und ähm, ja jetzt muss ich gleich aufpassen, dass ich nicht auf den Chat reagiere, wo ich jetzt so... Es gibt so mein Herz, es gibt so ein Kumpel von so Rückmärkten. So. Ähm. Nur mal schnell. Es hat jemand drin geschwählt, dass es unsere Sendung nur 100% braucht und da müssen wir natürlich absolut recht geben. Danke vielmals. Ja, danke, danke. Also ähm, genau. Und zwar sieht es so aus, dass man an den Grammys, ihr wüsst hoffentlich alle, was Grammys sind. Ja, Nico, für alle, die es nicht wissen, für alle Musikpanasen. Erzähl, was sind die Grammys? Okay, also Grammys sind Auszeichnungen, die, ähm, einmal pro Jahr an verschiedene Musikkünstler gegeben werden für die besten, revolutionärsten, einfallsreichsten, kreativsten, ähm, intuitivsten, ähm, herzlos, adjektivste Steffi. Ähm, Songs? Emotionalsten, herzergreifendsten, lebensveränderndsten. Yes, exactly. Nein, super, das ist schon genug, weisst du, darum sind wir im Marketing. Auf jeden Fall, ähm, genau, werden Leute ausgezeichnet, die, ähm, coole Tracks gemacht haben, ähm, wo man redet von den, ähm, von den Menschen wie auch die Uroren und die, die es bestimmen haben, dort die Finger haben, verdassen, dass sie ausgezeichnet werden. Und jetzt ist es neu so, und wir haben natürlich mega Freude daran, dass auch Gaming-Musik ausgezeichnet wird mit einem Grammys. Es wird eine neue Kategorie geben, genau. Es ist ultra cool, das heißt, es gibt jetzt eine neue Auszeichnung im Sinn von, Leute werden ausgezeichnet für die besten Tracks in einem Videospiel und das hat es schon lange gegeben. Ja, sind wir ehrlich, wer erinnert sich nicht an alle die coolen Games, die mega coole Musik hatten? Ich meine, recently gerade schon nur das Intro von Elden Ring. Ich bin krass, einfach krass. Oder ich sage echt, äh, äh, jetzt muss ich überlegen, wie es geht, ähm, ähm, äh, fuck, schon zu lange her, ähm, 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 egal, nicht weiter. Ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, gar nichts sagen, sondern nur schnell, äh, das ich zur Hangnehe und dann weiß ich ja dann, welches Game für mich der beste Track hatte, das beste Intro. Ach, ich will natürlich nur nicht mehr zuhören sein, er meint Halo. Genau, ich meine Halo. Also, Master Chief, Halo, super, super Intro, bestes Leben. Und wir sind natürlich, wir sind natürlich. Das ist mir wieder Sinnkorn. Steffi, es ist so nice, dass du meine Beiträge so musikalisch unterstützt. Duna, also vielleicht einfach nur noch schnell. Also Grammys gilt ja auch als wichtigste Auszeichnung in der Musikbranche, tatsächlich. Also es ist nicht einfach irgendeine Auszeichnung, irgendein Wannabe-Awards. Es ist wirklich ein mega, mega wichtiges Award für alle Künstler. Darum sagt man ja immer so, ja, dieser Künstler hat so und so viele Grammys gewonnen und Beyoncé hat so und so viele Grammys. Es ist wie die Oscars, die noch relevant waren. Es gibt total 91 Kategorien Besitzer. Jetzt kommen künftig auch noch Soundtracks von Videospielern dazu. Es ist aber nicht so, dass vorher noch nie Gaming-Musik ausgezeichnet wurde. Es war ein Lied von «Civilization 4» und hat bereits eine Auszeichnung für das beste Arrangement bekommen. Das war der Komponist Christopher Tyn. Er hat 2011 einen Grammy bekommen. 8-Bit Big Band hat auch einen Grammy bekommen für «Meta Knights Revenge» aus dem Videospiel Kirby Superstar. Es wurden schon früher mal Videospiel-Games-Soundtracks auszeichnet, aber es gab noch nie eine eigene Kategorie. Das ist jetzt so weit und das ist total geil. Wer von euch war schon mal an einem Gaming-Konzert? Oder anders. Wer von euch hat schon mal auf Spotify oder früher noch auf CD einfach Gaming-Soundtracks gehört? Ja. Ich kann dir das sagen. Wir haben das gestern in Folge gemacht. Eben? Vorgestern. Nein, eigentlich die Nacht von gestern auf vorgestern. Nein, warte schon. Also von Samstag auf Sonntag. Genau. Wir haben zuerst Anime-Intros gehört und dann sind wir mit Game-Intros gekommen. Aber das ist halt genau das. Aber das ist halt genau das. Ich meine, Gaming-Musik ist schon seit Jahren so nice. Und ich meine, klar, früher auf der N64 zum Beispiel, ja, hast du noch nicht wahnsinnig viel geiles Sound machen können. Aber schon dann, die Lieder von damals sind so ikonisch. Man hat eigentlich schon mal nur an Ocarina of Time-Sounds oder so. Also ich bin mit dem aufgewachsen, darum nenne ich immer Ocarina of Time als Beispiel. Aber du weißt, was ich meine. Ich meine, vom Soundtrack her, es bleibt dir einfach im Kopf. Definitiv. Oder allgemein halt der Soundtrack von Zelda. Es ist fantastisch. Ich meine, heutzutage ist jedes Game mit so krasser Musik unterlegt. Also die können locker mit viel Musik mithalten. Easy peasy. Zum Teil sind sie sogar noch fast epischer. Und wenn man zum Beispiel an Spiele denkt wie Life is Strange oder so, wo ja Musik so eine wichtige Rolle spielt, also dann macht es eigentlich nur Sinn, dass es endlich eine Grammy gibt für diese Kategorie. Yes. Wir sind hyped. Es ist wirklich so. Nein, wir sind sehr hyped. Ich finde es mega cool und es ist mega... Die Künstler haben es so verdient. Ähm. Und wenn ich hier noch schnell sagen darf, es gibt so viele Künstler, die übrigens schon sehr lange Gaming-Musik machen. Und zwar auch für kleine Handy-Games bis zu grossen Games. Und einer davon ist persönlicher Favorit von mir, ist der Savant. Also S-A-V-A-N-T. Ich höre den, das Twitter angefangen hat eigentlich. Und er hat bis heute über 12 oder 13 Albums gegeben. Ah. Sehr interessante Persönlichkeit. Er ist Autistisch. Also er hat Asperger. Ist nicht ganz gleich. Er hat Asperger. Und er hat Inselbegabung. Oh wow. Und er ist einfach... In der Musik ist er einfach sick. Also er kann ein Lied nur hören und er kann es nachspielen. Ähm. Und er hat halt wirklich über mittlerweile, glaube ich, 11'500 Tracks gemacht. Ohli. Von denen ein Bruchteil... Von denen ein Bruchteil released. Also wenn er Zeit hat Savant gleich zu hören, hört ihn. Wow. Genial. Und äh... Sein Name ist eigentlich Alexander Winter und er hat noch zwei andere äh... Oder sogar drei andere ähm... Ähm... Wie sagt man das? AKs. Also äh... Andere äh... Künstlernamen, die er darunter released. Und er macht nicht nur... Er macht nur Dubstep, er macht Drum und Bass, er macht äh... Er macht äh... Er macht Latino-Sound. Er macht... Er hat Hip-Hop gemacht. Er hat ihre Black-Metal-Bang gespielt. Er macht irgendwie Jazz. What the hell? Wie viele Instrumente spielt er? Alles. Also wirklich alles. Ach der Wahnsinn. Eben halt... Ja, eben in Begabung. Es ist halt extrem. Also... Manchmal muss ich sagen, ich bin fast ein bisschen neidisch auf so begabte Menschen. Andererseits muss ich sagen, mir geht's gut. Aber von dem... Nein, also... Andererseits muss ich sagen, wir geht's gut. Nein, du weisst, was ich meine. Also... Ja. Ich will damit sagen, dass es zwar cool klingt, in so begabt zu sein, aber es kommt mit sehr, sehr vielen schwierigen Umständen her, sage ich jetzt einmal. Ähm... Sicher. Es ist nicht nur cool, aber wenn man natürlich das so ausleben kann, wie er, das ist natürlich... Das ist natürlich der Burner. Es ist natürlich händisch schön, wenn du das so machen kannst. Auf jeden Fall. Aber weisst du, was auch der Burner ist? Wenn du mit Mario vom Strafraum aus den Ball reinzirkelst. Weisst du, was auch der Burner ist? Bist du schon mal ein Sinfonieorchester mit Gamingmusik hören? Oh wow, wir sind zurückgebaut zum nächsten Teil. Ja. The Reboot. Ja, also du hast den Bass wieder zurückgegeben. Nein, nur noch schnell. Ich war an zwei Gamingmusikkonzerte mal gewesen. Eines war das Sinfonieorchester von Zelda, also Legend of Zelda-Sinfonieorchester. Das war fantastisch. Und das Zweite war einfach Videogames, Konzerte. Das war, glaube ich, auch ein Sinfonieorchester. Ich bin mir gar nicht sicher. Das war auch eine Bigband oder irgendetwas. Und dort hatte es auch Titel wie Tetris und solche Sachen. Also wirklich mega nice. Mega nice. Und ja, jetzt schiesse ich den Ball wieder zurück. Also ich kann nur sagen, mit dem mit dem Ball zurückkriegen, geht man an so ein Konzert oder so ein Videogames, Sinfonieorchester. Es lohnt sich. Es gibt Gänsehaut. So, jetzt darfst du weiter reden. Genau. Also noch schnell. Eigentlich habe ich den Ball vorher mit dem Thema, weil er zu Steffi spielen, weil es eigentlich ihr Thema ist. Aber ich nehme es gerne zu mir. Aber ich bin noch nicht sicher. Aha, ist das mein Thema? Oh. Ah ja, voll. Ups. Also. Nur mal ganz kurz. Genau. Du hast es vielleicht mitbekommen. Es gibt ein neues Game. Wann wurde es released? Heute? Freitag? Nein, nein, nein. Am Freitag. Am Freitag. Am 10. Am 10. Ja, logisch. Ich werde Pre-Release spielen. Ich werde Pre-Release spielen. Ich habe mich so gefreut. Es ist so geil. Es ist echt FIFA ohne Schiri. Es ist 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 literally FIFA ohne Regeln. Also es handelt sich natürlich um nichts anderes als Mario Stryker. Ähm. Es ist... Ja, man hat zehn verschiedene Charaktere, was jetzt wahnsinnig viel ist. Man hat auch sehr, ich sage jetzt mal, unterschiedliches Feedback gehört. Ich konnte es selbst auch noch nicht spielen, weil das Päckchen ist an die falsche Adresse. Was mich sehr traurig gemacht hat. Sonst hätte ich es schon austesten. You had one job. Ja. Literally. Ja, ich komme es aber noch über. Das heisst, ich kann es dann auch austesten. Da kann ich dann hoffentlich noch ein bisschen mehr dazu sagen. Das Einzige, was ich bis jetzt gehört habe, ist semi-cool, muss ich sagen. Ähm. Aber man hat gerade mal zehn verschiedene Figuren, die man spielen kann. Ähm. Und wenn man gegen jemanden spielt, der nicht mindestens auf dem gleichen Stand ist wie man selber. Ähm. Oder maximal auf dem gleichen Stand wie man selber. Also man sollte basically auf dem gleichen Stand sein. Sonst ist es für irgendeine Partie super frustrierend anscheinend. Ähm. Yes. Und darum, ja, das ist natürlich schade. Aber mal schauen. Vielleicht kommt ja dann mal noch mehr. Wäre schon zu wünschen, bei 60 St. kostet es Globes. Wäre schon schön, wenn dann noch ein paar mehr Figuren spielbar wären. Ja, zehn ist jetzt wirklich nicht viel. Zehn ist wirklich sehr wenig. Vor allem wenn man bedenkt, dass das Mario-Universum halt wirklich extrem viele verschiedene Charakteren bietet mittlerweile. Das ist definitiv so. Also, wir hoffen, da kommt noch mehr. Aber das kann natürlich gut sein. Und ähm. Ich muss so sagen, ich denke, das wird so ein Game sein, wenn es nicht ähm. Das ist doch so ein Partyspiel, oder nicht? Ja, natürlich. Natürlich ist es ein Partyspiel. Ja, das ist ein bisschen Alkohol. Man kann bis zu acht Personen spielen. Also es ist fünf gegen fünf, aber es können nur acht Personen spielen. Also nur vier gegen vier. Ah. Ja. Spannend. Also der Goalie kann niemand spielen. Ah, okay. Ich glaube es nicht, nein. Ich glaube der Goalie kann niemand spielen. Das kann gut sein. Das ist eine gute Frage. Wir finden es raus. Nächste Woche reden wir noch etwas mehr darüber. Genau. Bis nächste Woche haben wir sicher beide auch schon gespielt. Hoffentlich, ja. Wer wünscht uns das? Ja. Also auf jeden Fall, Mario Striker Release ist draussen. Ähm. Man kann mit Mario und seinen Freunden. Und Gagner. Mit den Friends und Foes. Hey Bowser sage ich nur. Bowser, Mann. Ich zünde alles an. Ich sag dir's. Bowser. Er kickt den Ball bis zu den Sternen. Und noch viel weiter. Ähm. Genau. And Beyond. Apropos, hast du gewusst, dass es einen Dings-Film geben wird? Nein. Ah, Buzz Lightyear Film. Ja, der kommt. Ja, ja, ja. Ja, oder gut. Ja, ja, ja. Ich hab's gesehen. Also der Buzz Lightyear, wo ich ja zu den Sternen fliege. Steffi, hör mal auf, meine Überleitung kaputt machen. Ich kipp dir deine Leitung einmal. Du hättest gesagt, die nicht überleitung. Also komm, red weiter über Sterne und schöne Raumschefe. Also. Ähm. Wir haben ja mit der schönen Überleitung von Buzz Lightyear eigentlich auf die Sternen hinweisen. Und zwar kommt ein neues Game raus. Also der Gameplay-Trailer ist jetzt draussen von Starfield. Und was ist Starfield? Starfield ist ein Game von Bethesda. Und wir wissen alle, Bethesda hat eigentlich sehr coole Games gemacht. Name a few, Skyrim Oblivion, Fallout 1-3. Und dann gibt's da das schwarze Schaf, wo niemand drüber redet. Ähm. Auf jeden Fall hat Bethesda jetzt angekündigt das Starfield. Also es ist schon lange angekündigt, aber sie haben den ersten Gameplay-Trailer rausgegeben. Und. Es sieht wirklich, wirklich mega gut aus. Ähm. Es ist halt wirklich. Man kann sich's vorstellen, es ist wieder so ein Open-World-RPG. Hey, ist irgendwie heutzutage mal irgendein Game nicht mehr Open-World? Ernsthaft? Ja, du bist mutig, wenn du etwas nicht Open-World machst. Das stimmt schon. Ja. Also das ist wie... Ja, das ist wie wenn... Wie soll ich sagen? Das ist wie wenn... Ähm. Ich weiß nicht. Es ist wie wenn du ein Game machst ohne Frauen. Skandalös! Okay. Also gut. Wenn du nur Roboter brauchst, ist das ja nicht so schlimm. Skandalös. Nein. Roboter können schlechter anscheinend. Stimmt. Ah ja, stimmt. Aha, stimmt. Alles. Egal. Auf jeden Fall. Starfield ist natürlich wieder mit äh... gefüllt mit spannenden Charakteren. Gefüllt mit spannenden Quests. Man kann ähm... So wie ich jetzt gerade äh... Vorher noch äh gesehen habe, kann man seine eigene Base bauen. Es wird so einen äh... äh... Baseball ähm... Simulator haben drin. Man kann nachher Charakter beschäftigen, die zu seiner Base schauen. Ähm... Wenn man nachher umstreift. Ähm... In der Wildnis. Und natürlich Monster-Totter. Quests erfüllt. Ähm... Aufstieg im Rang. Ähm... Sich die neuen... äh... Clans und Nationen anschliesst. Ähm... Es ist wirklich riesig. Es sieht... ultra interessant aus. Ich muss sagen, für mich... Also... Mir würde es wirklich auch... extrem wunder nehmen, wie sich das spielt. Ähm... Es sieht wunderschön designt aus. Ähm... Macht mir richtig Bock, wenn ich es anschaue. Wenigstens jemandem von uns beinnehmen. Es hat auch das Crafting-System. Jaaa... Steffi... Es hat ein Crafting-System. Es hat... Es hat sehr... spannende Elemente für mich drinnen. Wo ich... Einfach auch... Ich möchte Bethesda... Vielleicht Steffi... Ich darf es... Vielleicht kann ich es auch so sagen. Ich möchte Bethesda... Und der würde noch mal eine Chance geben. Und sagen... Hey... Was der jetzt bei... Ähm... 76... Nicht geschafft hat... Schafft ihr sicher bei Starfield. Ähm... Ich bin überzeugt, dass es kommt gut. Und es sieht für mich nach einem extrem spannenden Game aus. Ähm... Wir müssen aber noch ein bisschen gedulden. So... Ähm... Wie ich das jetzt mitbekommen habe. Ähm... Der Release... Ähm... Lass noch ein wenig auf sich lassen. Das habe ich glaube ich auch schon ein paar Mal verschoben. Mhm. Aber... Aber... Ganz ehrlich... Ähm... Ich finde das okay. Weil... Wer sollte an einem... Game genug Zeit geben. Das ist das, was wir immer wieder sagen. Ego, Steffi. Wer sollte an einem Game genug Zeit geben. Also das ist schon das, wo ich gerade noch einschiessen könnte. Ähm... Ähm... Sonic... Ähm... Was haben wir heute gesagt? Das neue Sonic-Game. Frontier. Frontiers. Frontiers. Haben sie auch gesehen. Also die haben es rausgegeben. Die haben das Gameplay released. Sonic... Ähm... Frontiers. Ähm... Haben das Gameplay released. Und die Leute haben gesagt. Gameplay-Trailer? Also so, oder? Ich glaube es war ein Trailer. Genau. Aber die Leute... Also wenn die Leute schon nur auf dem Trailer sagen. Hey, nehmt nicht mehr Zeit für dieses Game. Macht mehr. Sie haben ja nicht mal eine Demo-Release. Oder? Sie haben einfach nur ein Gameplay-Trailer-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re. Ja das stimmt. Sie haben wirklich... Nehmt euch bitte mehr Zeit für dieses Game. Macht mehr daraus. Es sieht leer aus. Es gibt zu wenig. Ähm... Daran gearbeitet aus. Es sieht für uns nach einem überhasteten Release aus. Und ähm... Ja. Wenn man den Trailer anschaut, merkt man es ein bisschen. Ähm... Es ist echt leer. Genau. Es ist so kleines Leers. Man hat sich nicht so viel Mühe gegeben für die Texturen. Man hat sich nicht so viel Zeit genommen. Ähm... Und... Im... Endeffekt muss ich sagen, ja eh. Also nehmt euch das zu Herzen liebe Game-Developers. Wenn jemand kommt und sagt, nimm dir mehr Zeit für das Game. Weil wir finden, du könntest es besser machen. Selbstreflektion und nochmal herrsitzen. Weil hey... Die Leute warten freiwillig länger. Wie schön ist das denn? Früher ist es so gewesen, dass die Leute immer gesagt haben, hey mach mal, wenn kommt es raus. Ja. Heute ist das nur noch bei GTA 6 so. Ja gut, aber da warten die Leute seit 5 Jahren schon drauf. Aber ja, also das ist natürlich schon etwas. Ähm... Dass die Leute, die Gaming-Community langsam geschnallt haben. So, hey... Wir äh... Wir wollen im Fall Games erst, wenn sie fertig sind. Und dadurch muss natürlich schon Publisher ein bisschen blamen. Und beziehungsweise auch die Entwickler, die natürlich mit ihren Crunch-Zeiten in den letzten Jahren, Gott sei Dank, immer mal wieder negativ aufgefallen sind. Ähm... Und man hat gemerkt, hey... Die Entwickler bzw. Publisher bringen Games raus, die noch gar nicht wirklich fertig waren. Aber so im Sinn von, ja, wir veröffentlichen es mal. Ja, wir können es patchen. Oder also... Sie haben unfertige Games rausgebracht. Und das ist für die Gaming-Community, für Fans halt einfach so uncool, ein Spiel. Das bekommt wahrscheinlich noch 70, 80 Std. für die Zahlen. Und dann ist es einfach so halbfertig. Und es wirkt halt dann auch so lieblos. Und das macht keinen Spass zum Spielen. Es macht keinen Spass für Fans sein von einem Game, das nicht geil ist. Genau. Das hast du ganz früher auch nicht gekonnt. Und darum ist es wirklich schön, dass jetzt die Gaming-Community selber gemerkt haben, hey... Mal, wir warten lieber ein bisschen länger, dafür wird es geil. Das ist schön. Yes. Yes, genau. Und eben... Hey, aber mehr kann dir nicht entgegenkommen werden als Entwickler. Und... Das finde ich auch schön. Weil das... Zeugt auch ein bisschen von... Man geht weg von dieser Toxicity im Gaming und zusammen zur Collaboration, um zusammen zu arbeiten, um zusammen zu reden. Und ich glaube, es hat auch ein bisschen damit zu tun, das ist jetzt meine Vermutung, dass halt auch die Developer-Tools und all das mehr Open-Sources geworden sind. Dass sich jeder auch ein bisschen damit beschäftigen kann. Ich glaube, heute hast du, wenn du das Game entwickelst, halt in deiner Fanbase, so ein oder zwei oder drei oder vier Leute, die auch entwickeln oder selber schon etwas gemacht haben oder selber schon ein bisschen reingeschaut haben, wie das funktioniert. Die haben Verständnis, dass das ein bisschen Zeit braucht. Die haben Verständnis, dass du jetzt sagst, hey, wir müssen noch einen Monat oder zwei oder so weiter ein halbes Jahr länger haben. Weil die sagen, ja, ich kann mir das vorstellen. Das ist ein riesiges Ding, das dir dabei stellt. Und das ist halt auch das. Heutzutage sind die Games teilweise so komplex und so gross. Aber gerade mit dem Open-World, das sind natürlich Systeme und Berechnungen dahinter, die du früher nicht hattest. Also es ist irgendwie komplexer geworden. Gleichzeitig erwarten die Leute aber trotzdem, dass man innerhalb... Also ja, oder viele Leute erwarten, dass das Game super schnell fertig wird. Und jetzt hat man gemerkt, dass es nicht mehr so einfach ist. Das ist schön. Genau. Und dazu kommt auch noch, dass der einfach überschwemmt wird mit neuen Games im Moment. Oder einfach in der heutigen Zeit. Ja. Du dupt. Also weisst, oh shit, das Elden Ring kommt nicht raus. Ja gut, warte ich halt darauf, in dem ich Lost Ark spielen. Oder irgendetwas anderes gegen Grind. Ich meine... Es ist so viel Ablenkung möglich heute. Also du hast... Also du hast... Ja, Datenbank. Du hast eine Spielbibliothek des Grauens. Also schon einmal, wenn ich daran denke... Ich habe mir mal letztens so ein Ukrainen-Bundle gekauft. Da sind tausend Games drin. Tausend! Ich weiss nicht. Ich habe noch nicht eines davon gespielt, wo ich meine... Ja, meine Steam-Bibliothek ist immer überquillen. Ich habe einen Xbox Game Pass, wo ich darauf zurückgreifen kann. Ähm... Ich habe natürlich auch noch diverse Spiele im Epic Store. Ähm... Was gibt es noch alles? Keine Ahnung. Ich habe... Ich habe so viele Games. Ah ja, die Switch habe ich auch noch fast vergessen. Und im schlimmsten Fall gäbe es ja auch noch das Natel. Ja, ja genau. Mit ein paar Mobile Games. Ja. Genau. Aber hast du das auch... Hast du das auch, dass da bei Natel Games... Oh, ich habe das Problem im Moment. Ich habe ein Natel-Game, das ist Legends of Runeterra. Ähm... Ja, ja. Und du hast dann so, ich mache das gar nicht mehr auf. Weil ich weiss genau, ich habe so viel verpasst, wo jetzt neu rauskommt. Ja. So viele Lautboxen zum aufzutun und so viele Dinge, die man überschwemmen wird, wenn sie reinkommt. Und all die neuen Karten, dies, das... Ja, es ist extrem gewachsen. Es ist extrem gewachsen. Ich weiss noch, als es rauskam, habe ich so viel gespielt. Ich habe sogar auf einem Turnier mitgemacht. Ähm... Es war dann wirklich neu, neu, neu. Es gab noch nicht viele Karten und noch nicht viele Champions, die du spielst. Und jetzt bin ich wirklich genau am gleichen Punkt wie du. Ich will es gar nicht aufzutun. Ich werde wahrscheinlich drei Stunden damit beschäftigt sein, einfach nur mal zu schauen, was es Neues gibt. Ja, also... Ja... Es ist... Es ist... Es ist auch strengend. Es ist anscheinend... Es ist scheinbar gut geworden. Also wenn es dann schon gut... Ja, aber... Niko, wenn es dann schon gut gefunden hast, wird es jetzt eben noch geiler sein. Es ist einfach so ein bisschen das. Es ist anscheinend... Es ist scheinbar geil geworden. Also noch besser als dann? Ja. Ja. God damn. Also ich muss dir auch gerade sagen, ich habe gerade einen Tweet gelesen, die Game Pass und Riot Games schaffen jetzt zusammen. Oh mein Gott. Alle League of Legends Champions, auch Valorant Agents, auch Teamfight Tactics, die kleinen Minions, die man hat. Und alle Legends of Runeterra Champion Karten sind gratis für Game Pass Members. Also du bekommst alle Champions geschenkt, du bekommst alle Agents geschenkt, alles. Sick! Also... Ja. All Champions, all Agents, all Little Legends, all Foundation Sets. Oh wow. Okay, das ist nice. Holy. Also ich bin ja gespannt, ob das bei den ganzen Activision Blizzard Sachen auch ähnlich wird sein. Also die ganzen Activision Blizzard Games gehören ja jetzt eigentlich Microsoft, also Xbox. Also sollte es ja irgendwie in eine ähnliche Richtung rutschen. Ja gut. Eigentlich schon. Eigentlich schon. Aber apropos Activision Blizzard und Dings... Ähm... Ah nein, warte kurz, jetzt kommt der Schneer. Ich wollte jetzt noch etwas anderes absprechen. Entschuldigung. Ah, verdammt Übergang verkackt. Verstand! Ja, nein. Du kannst es einfach nicht. Sorry! Nein, es ist so leid. Nein, ich muss euch noch ganz, ganz schnell etwas mitteilen, was mein Herzchen erfreut. Und zwar, es gibt endlich ein Release Datum von Stray. Endlich! Du wüsstst, Stray ist ähm, das kleine Game, wo man eine Katze spielt, wo so ihre... Man spielt eine Katze. Ja, man spielt eine Katze. Man spielt eine Katze. Man spielt eine Katze. Und eben, es ist vor allem so postapokalyptisch. Ähm, es wird etwas mit Cyberpunk und so verglichen. Es hat basically nur noch Roboter rum. Und dann musst du den Weg durch die verlassenen Stadtbahn, mit alle Gefahren und so weiter. Das ist so cute! Und es kommt am 19. Juli raus. Also, ein bisschen mehr als in einem Monat. Dann können wir es endlich spielen. Und ich freue mich enorm darauf. Weil, äh, ja. Katze. Und ähm, ja. Das ist natürlich fantastisch. Das ist so geil! Also es sieht wirklich mega nice aus. Einfach auch so... Einfach auch so... Einfach auch so, dass... Alles andere sind Roboter und... Das ist so das einzige Lebenwesen. Es ist basically... Du sprichst basically... Es, ähm... Es, ähm... Wie sagt man das? Ein Parkour-Game mit einer Katze. So ein bisschen... Stealth... Stealth-Parkour-Game mit einer Katze. Und ich bin echt gespannt. Ich habe ja jetzt auch eine Katze. Seit kurzem. Ähm... Baby Boni. Also Boni heisst sie. Ähm... Und äh... Die ist schon sehr begeistert, wenn ich auch bei einem Gamen bin. Und dann sitzt sie einfach vor dem Monitor. Also wirklich so 5mm vor dem Monitor. Und starrt in den Bildschirm hinein. Und hat unglaublich Freude an ihrem Maus. Beziehungsweise an so einem Cursor. Und ich bin auch gespannt, wie sie reagiert. Weil sie auch andere Katze plötzlich sieht. Das wird... Das wird Hammer. Also... Ich stelle mir das sehr, sehr, sehr lustig vor. Weil ähm... Man hat ja auch schon so TikToks und Videos gesehen, wo Katzen auf Games reagieren. Ja. Das ist sehr, sehr lustig. Das ist wirklich wirklich viel. Also wirklich wirklich viel. Der ist sehr, sehr lustig. Ich freue mich sehr. Und äh... Ich habe mich extra eigentlich noch nicht wahnsinnig viel äh... über das Game. Weil ich will es unbedingt spielen, ohne dass ich schon sehr... also so extrem viel weiss. Und ja... Natürlich werde ich es spielen, sobald ich es habe. Ja. Unbedingt. Ähm... Also ich... Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Und ich meine, was gibt es Besseres als Katzen? Also... Voilà. Also ja... Also ja... Also ja... Ich glaube für viele Leute ist es so die ähm... ultimative Traumvorstellung. Ja mega. Alle Humans weg. Nur noch Katzen. Jaaa! Oder einfach mal so für einen Tag eine Katze sein. Das ist doch so eine... So eine Phrase, die man immer mal wieder hört. Oh, ich wäre auch gerne eine Katze. Ich würde so den ganzen Tag umschillen und nicht machen. Genau. Ein bisschen rumlaufen. Ein bisschen Sachen erkunden. Fertig. Äh... Stimmt. Schönes Leben. Ja. Schönes Leben. Ja. So und jetzt kommen wir zu meiner verkackten Überleitung. Doch noch. Ähm... Jetzt wechseln wir in diesem Zusammenhang auch gerade von Buff zu Crit-Themen. Crit-Themen natürlich auch. Ähm... Wir haben jetzt sehr, sehr lange Zeit verbraten, sage ich jetzt mal. Also sehr viel Zeit gebraucht für unsere Buff-Themen. Weil... Hey... Guess what? Das Sommerloch, das wir vor der Fantasy Basel hatten, wo wir kaum mehr gewusst haben, über was wir reden wollten. Das ist jetzt vorbei, anscheinend. Wir haben so viele Themen... Das Loch ist gefüllt. Hey, wahnsinnig gestopft ist es. Bis oben raus. Und wir wissen gar nicht... Also wir können fast mit dem aufhören. Es hat so viele Neuigkeiten. Und wir sind schon jetzt... Also schon... Schon jetzt haben wir enorm ausgesondert, über was wir reden und was nehmen. Ähm... Genau. Aber äh... Gut, ein Crit-Thema hast du ja schon gebracht, tatsächlich. Das ist Sonic Frontiers gewesen. Eben, wo... Ähm... Wirklich sogar die Fans möchten, dass es verschoben wird. Ähm... Aber wir haben noch ein anderes riesiges Crit-Thema. Ähm... Wo unter anderem auch Mobile Gaming betrifft. Das kennen wir vielleicht. Ihr habt es sicher schon gehört. Das ist der Aufreger vom November 2018 gewesen. Ich sage nur Blizzcon. Mhm. Don't you guys have phones? Oder wie ist es gegangen? Smartphones? Ja, ja. Smartphones. Ja, genau. Oder ähm... Is this a pretty delayed April Fools joke? Ja, genau. Ähm... Kurz nach Release bewertigen sind nämlich alles andere als besonders gut. Ja. Das stimmt. Wir haben... Also... Ich muss sagen, ich habe es selber nicht gespielt. Ähm... Romanis näher lassen. Aber ähm... Mittlerweile haben wir natürlich auch ein paar äh... Dings gehört. Ähm... Sönsch Meinungen. Von anderen Gaming ähm... Ähm... Wie sagt man? Denen Tächtern? Und anderen Leuten generell. Und auch die sind wirklich der Meinung so... Diablo Immortal. Schwieriges Thema. Vor allem, wo es anscheinend viele In-Game Purchases gibt, sage ich jetzt einmal. Ähm... Ähm... Und vor allem äh... Das schlimmste ist... Ich weiss nicht, ob es jemand mitbekommen hat. Hast du das nicht mitbekommen? Ich wusste nicht. Irgendein Streamer hat 10'000 Dollar ausgegeben für Diablo Immortal und hat nichts Schlaues bekommen. Also nichts. Das ist so frustrierend. Das... Verstehe ich und ähm... Verstehe ich nicht. Also ich meine, ihm verstehe ich... Ich verstehe nicht, wie man 10'000... Nein! Wie kannst du 10'000... 10'000 Dollar?! Hey, sorry, aber das ist ja mehrere Monate zu lösen. Für viele. Aber weisst du warum? Weisst du warum? Weil genau das generiert nachher eben Viewers und genau das generiert eben dann wieder Geld. Und ich meine, der hat sich das schon überlegt. Ja, sicher. Aber sicher ist es dumm. Ja, es ist sehr dumm. Und wenn er genau nichts dafür bekommen hat, ist er noch dümmer. Also... Ja... Also ich glaube... Diablo Immortal... Übrigens ist es Immortal, Steffi? Nicht Immortal. Ah, ich sage immer Immortals. Ja, sorry. Ja. Kein Problem, kein Problem. Also... Also... Das Game ist ganz und gar nicht Immortal. Kann man jetzt schon sagen. Ja. Das ist richtig. Es ist sehr viel, ähm... Pay-to-win. Ähm... Pay-to-win. Es hat unglaublich viele Sachen drin, die einem bekannt vorkommen. Ähm... Sie haben gleiche Figuren, Charakteren genommen. Ähm... Sie haben es ja rausgegangen. Für Mobile haben es dann aber auch gemacht für PC. Also man kann jetzt auch auf dem PC spielen. Ähm... Nur dort hast du halt gleich noch das Mobile Overlay. Das heisst, du hast teilweise Sachen, wo du denkst, wie komisch ist das designt? Also... Ähm... So hovering Menüs und so. Und dann denkst du, hey, das brauche ich eigentlich gar nicht. Ähm... Plus eben die In-Game-Käufe, die dir das Spiel viel, viel leichter machen. Wenn du sie nicht machst, musst du einfach ultra viel Zeit investieren. Für leichte Übelgrinder, glaube ich. Ja, habe ich gehört. Genau. Und das ist einfach, ich glaube für viele Leute, ähm... genau das, was sie erwartet haben, nämlich Reinfall. Also gut ist es wirklich nicht. Aber das ist jetzt das erste Game... Sorry, Steffi. Das erste Game, wo ich das Gefühl hatte, dass man schon im Vorhinein gewusst hat, dass es scheisse wird. Ja... Es hat sich bestätigt. Vielleicht war es so eine selbstfüllende Prophezei, you never know. Aber anscheinend... Ja. ...wird ja, wenn man das jetzt noch an der Stelle schnell einwerfen darf... Ähm... Diablo 4, die ja auch announced wurde, wird jetzt auch schon ein wenig zerrissen. Anscheinend, weil man eine Shop-Ausschreibung gesehen hat, wo sich einer auch um einen In-Game-Shop kümmern soll. Also auch bei Diablo 4 wird es einen In-Game-Shop geben. Ähm... Und das wirft natürlich schon mal sehr schlechtes Licht auf das ganze Game. Wo man natürlich, ja, zwangsläufig schon fast wieder davon ausgeht, pay to win. Und grinden, ausser man gibt Geld aus. Und das ist natürlich scheisse. Das ist natürlich nicht so, was die Leute wollen. Definitiv nicht. Definitiv nicht. Aber ja. Aber ja. Wir werden es sehen. Über kurz oder lang finden wir es raus. Weil es irgendeiner, und zwar ein Twitch-Streamer aus Deutschland. Über kurz oder lang. Und ich sage es jetzt einmal so. Viel zu lang, viel zu spät geschnallt hat. Und es ist, ja, es ist unser Fail der Woche. Und zwar mit Grund. Er hat nach x Stunden, Wochen, Monaten wahrscheinlich fast, nachdem er, ähm, ja, mit seiner Maus gespielt hat und es auch immer gestreamt hat, gemerkt, dass er auf der Unterseite seiner Maus vergessen hat, die Folie abzuziehen. Und hey, guess what? Jetzt ist er plötzlich, ähm, viel besser, als er vorher war. Und wisst ihr, was aber noch viel peinlicher ist? Das ist natürlich, äh, das hat sich herumgesprochen. Und dadurch haben es natürlich diverse andere Leute auch angefangen, zu schauen, ob da noch eine Folie auf der Unterseite ihrer Maus ist. Und guess what? Ja, es haben richtig viele Leute gemerkt, dass die Folie nie abgenommen haben auf der Unterseite ihrer Maus. Ja, krass, krass, krass. Es ist so peinlich. Krass, krass, krass. Also Leute, schaut auf der Unterseite ihrer Maus, ob die Folie noch dran ist. Es gibt noch nichts Befriedigenderes, als die Folie abzuziehen, von so einer glatten Oberfläche. Macht das, geniesst es und erfreut euch daran, dass ein solches Ei plötzlich zehnmal besser ist als vorher. Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch schon ein richtiger Boost, wenn du auf einmal merkst, holy shit, jetzt bin ich auf einmal gut. Oh ja, so sieht es aus. Vor allem ist ja auch, dass die Maus viel feiner und reibungsloser über die Matte rutscht. Also das war unser Fail der Woche. Wahnsinn. Sehr spannend. Also ich habe mir wirklich gering gelangt, als ich das gehört habe. Hey, nein. Aber ja, kommen wir zu unserer letzten Kategorie. Wir haben zwar, also Loot ist ja das, wir haben beide zwar nichts zur Gaming-Relevanz gekauft, aber dafür ganz viel anderes. Ich weiss nicht, bis zur Wahrheit, Nico. Ich habe meine ganze Wohnung basically in ein Katzenparadies verwandelt. Darum habe ich natürlich ganz viele Katzenzeugs eingekauft. Also ja, wir haben auch Katzen-Stuff, ganz viel. Das stimmt, das stimmt. Du hast gesagt, du hast mega viel Katzen-Stuff eingekauft. Ja. Einen riesen Kratzbom habe ich im Fall. Einen riesen grossen Kratzbom. Sehr gut. Also ich hoffe, hat sie schon Freude daran? Ist sie schon klettert? Ja, natürlich. Wie eine Weltmeisterin. Sehr gut. Wow. Cool. Mega cool. Ähm. Ja, eben. Also ich habe auch eigentlich nichts Gaming-mässiges gekauft. Ich habe das V-Rising. Ich glaube, wir haben letztes Mal darüber geredet. Ja, ich habe schon fünfmal davon geredet, Nico. Bitte hör auf. Nicht noch einmal. Genau. Also V-Rising ist cool. Ich hoffe es nicht. Ähm. Das ist gut zu sagen. Und ich habe mir natürlich sehr viel Zeug gekauft für das Festival. Ich war dieses Wochenende noch am Greenfield Festival. Und habe mir natürlich für das ein Zelt bestellt. Unter anderem und zwei Stühle von Brack.ch. Stühle? Ja. So ein Campingstuhl. Okay. Ja, so ein Campingstuhl. Okay. Fair. Ähm. Und dazu noch eine Matratze, die man so aufblasen kann mit Luft. Dazu eine Luftpulpe. Mit Luft? Mit was? Was sollst du sonst aufblasen? Ja, ich weiss es nicht. Mit Wasser? Ich weiss es doch nicht. Nein. Aber ja, du weisst es mir nicht. So eine Luftmatratze. Na gut. Wo er aber lustig weiss zu gross war. Für mein Zelt. Eine andere Story. Auf jeden Fall. Ähm. Sehr viel cooles Zeug bestellt. Und auch können wir brauchen. Es ist sehr viel zu bieten. Also. Auch das haben wir auf Brack.ch. Sag nichts dazu. Genau. Alles gut, alles gut. Wunderbar. Alles gut. Okay. Ja, in diesem Sinne. Merci vielmehr für's zuhören. Ähm. Ähm. Never stop playing. Ähm. Never stop. Gebt uns bewertigen. Hat ich fast gesagt. Also macht da 5 Sternchen auf Spotify. Da kennt ihr. Genau. Geht auf Discord joinen. Ähm. Gebt uns ein Follow. Sagt euch einem Kollegen, dass es uns ein Follow geben soll. Ähm. Pumpet das Zeug. Ähm. Ähm. Stuff in der Schweiz. Größer werden. Community. Muss wachsen. Ähm. Sie dürfen wissen, dass es uns gibt. Und dass wir geile Tiere sind. Genau. Gebt dem Ganzen einen riesen Daumen nach oben. Und. In diesem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns. Mit einem. ähm. Wir hören und sehen uns. Ähm. Während der Woche. Unter der Woche. Auf Twitch. Und sonst in der Woche wieder. Auf Spotify. Oder auf den anderen Podcast Plattformen. Bis dann. Tschüss zusammen. Bis dann. Tschüss zusammen. Wunderbar. Ei, ei, ei. Aber es wird wirklich langsam warm. Also bei mir ist es heiss. Sogar. Mir wäre es wirklich heiss. Ja. Meinst du, ich habe den Ventilator auf eine Stufe auf? Ja, ja. Jetzt schon. Halt in dem Podcast nicht. Aber jetzt sicher. So. Hoi zusammen. Hey. Mega nice, dass ihr uns zugelost habt. Und auch immer mal wieder Kommentar geschrieben habt. Ist natürlich mega cool. Natürlich können wir nicht anders, als ab und zu mal drinnen zu schauen, was ihr so schreibt. Ähm. Und von dem her hat es uns mega gefreut. Ähm. Wer ist noch dazu gekommen? Ähm. Wir hatten einen mega geilen Stand. Merci viel Mal. Und Bruce. Das freut uns natürlich sehr. Ähm. Der Kofi wollte noch wissen, was unsere Top 5 Games sind. All time. Plattform übergreifend. For all time. Ähm. Ja Steffi, fang mal an. Ja. Ähm. Ähm. Ja, natürlich. Ähm. Ähm. Simst. Nein. Civilization. Oh wow, das hätte ich auch gesagt. Kleiner Zeck. Mhm. So haben wir noch nie zusammen Siftgamen. Nein. Müssen wir mal noch machen. Ähm. All time. Ähm. All time. Das spiele ich noch viel. Ich spiele halt eben hauptsächlich Indie-Games. Darum ist es sehr schwierig zu sagen. Dann nimmst du Death's Door. Ja. Ich muss sagen, ich finde Tunic noch fast geiler als Death's Door. Es ist sehr schwer zu sagen. Okay. Krass. Es ist noch schwieriger als Death's Door. Und es ist aber auch bunter und herziger als Death's Door. Death's Door ist einfach faszinierend. Vor allem, weil es ein Games-Ende hat. Das war natürlich sehr geil. Aber Tunic ist mega auch putzig. Und es ist so... Ich weiss nicht. Tunic macht verdammt Spass. Obwohl es so sackschwer ist, Mann. Aber ich würde es nicht unbedingt sagen, dass es eines der best Games all time ist. Keine Ahnung. Hades. Hades. Fantastisch. Ja, Hades ist verdammt heiß. Okay. I see. Ähm. Puh. Es ist echt schwierig. Es ist ein Game, welches ich immer mal wieder spiele. Und welches ich immer spielen kann. Ich bin auch Fan von Fire Emblem. Sie hat auch noch Zugang. Fire Emblem. Steffi, es heisst 3. Du musst jetzt nicht 15 abzählen. Ah, nein, Top 5. Ah, Top 5 Game all time. Und weiter unten stehen Pong, Pac-Man und Tetris als Top 3. Ja, das ist einer sehr oldschool. Ja, der Mungo. Und El Cuario kannst du übrigens noch Hallo sagen. Ja, El Cuario, falls du noch hier bist. Salut. Es hat uns sehr gefreut, dass du hierher gekommen bist. Und uns zuhören. Und natürlich für dein Psyche am Brackstand. Art Fantasy Basel. El Cuario Beste. Aha. Ich habe gesehen, sie geht an Twitchcon. Hehehe. Hast du gesehen? Ja. Ja. Das sind ja schon zwei. Ja. Ich freue mich sehr. Twitchcon wird nice. Sehr gut. Ja, wenn du sie siehst, Steffi, sie ist sehr gross. Mach ich auf jeden Fall. Pokémon Blue Edition, Lavender Town wurde noch genannt. Ja, das war wegen dem Soundtrack. Ah, okay. Ah ja, fair. Hey, hast du Stardew Valley mal gespielt? Das soll ja anscheinend auch so sehr gut sein. Ja, es ist, glaube ich, ein Game, wo die Leute eeeewigs spielen können. Aber geil. Ja. So wie Rimworld. A never ending story. Rimworld ist auch so. Ich habe auch einen Chef gehabt, der hat Rimworld bis zum Abwinken gespielt. Oh wow. Immer wieder Rimworld. Und das ist ja eigentlich fast recht altes Game. Kenn ich nicht mehr. Ja, das kenne ich nicht mehr. Du musst mal schauen. Es ist echt noch... Es ist noch beeindruckend. Aber... Ähm... Ich würde persönlich, ich würde mir das ganz einfach machen. Und zwar würde ich eigentlich sagen... Die äh... Top... 5... Besten Games, die ich eh gespielt habe, sind äh... Sicher einmal... Ähm... Oblivion. Mhm. Ähm... Nachher... Ähm... Skyrim gehört auch dazu. Das war mega gut gewesen. Also die 2 würde ich einen Topf schmeissen. Ja. Nachher... Ähm... Für mich ist das, was ich im Moment am meisten gamen habe. Apex Legends. Nachher... Ähm... Ja, aber es ist wirklich ein mega gutes Game, man. Es macht so viel richtig. Plus... Dazu... Kartengames... Oh ja. Magic... Magic Arena. Magic Arena. Magic Arena. Aber es ist halt echt was Magic ist. Magic kannst du nicht schlagen. Magic the Gathering ist so ein tolles Game. Ähm... Geil. Ähm... Und sehr gut. Ähm... Nachher würde ich sicher sagen... Das... Neue... Vampires... Ähm... Wie heisst es? Bloodhunt? Wo wir schon darüber geredet haben. Hast du Redfall schon mal angeschaut? Noch nicht. Redfall ist jetzt auch gekommen. Ist ja auch so ein Vampir-Spiel. Ich glaube es. Ja, jetzt ist es wieder mega Vampir-Spiel. Ja, es ist wirklich... Ich glaube... Ähm... Man hat sich von... Man hat sich ein wenig von Twilight erholt. Ich habe es langsam vergessen. Ich glaube, das ist die Erholungsphase. Ich habe es so einfach vergessen. Ich weiss es nicht. Schwierig. Ich habe die Diskussion... Ich habe die Diskussion auch geführt am Greenfield Festival. Ich habe sehr viele Leute gefragt, ob sie lieber Vampire oder Werewolf haben. Und dann haben die meisten gesagt, sie haben lieber Werewolf. Vor allem wegen Twilight. Was sind denn eure Top-Games? So All-Time-Favorites? Genau, schreibt es mal. Schreibt es mal in den Chat. Ja, schreibt es mal in den Chat, wenn ihr noch am Zulassen seid. Aber wenn man nachher so gefragt hätte, ist es mega schwierig. Jetzt hätte ich sicher nur für Gutes vergessen. Ja, aber das ist halt das. Ich meine... Oh, weisst du was bei mir neu ist? Impossible Creatures. Kennst du das? Nein. Kennst du das nicht? Nein. Das war so ein tolles Game. Du konntest so Tiere miteinander mixen. Du konntest... Oh lol! Okay, das ist ja lustig. Es ist verdammt lustig. Es ist verdammt lustiges RTS. Und es hat wirklich so Spass gemacht. Dass ich es wieder auf Steam gekauft habe. Nein, wirklich. Oh Gott. Und es ist so ein altes Game eigentlich. Aber du konntest zum Beispiel... Ja, ich meine... Du konntest eine Amazie mit einem Digger mixen. Und dann konntest du den Körper vom Digger nehmen. Aber den Kopf vom Amazie. Und dann die hinteren Beine vom Amazie und die vorderen Leute vom Digger. Und es ist wirklich... Es ist ein Hammer-Game. Es hat so Spass gemacht. Ich bin die ganze Zeit nur in dem Creation-Mode inne gewesen. Und habe die geilen Tierchen erstellt. Creepy. Eines der gelligsten Games, die Relicier herausgegeben hat. Nein, nein. Und wir haben noch Secret of Monkey Island. Ja, stimmt. Das ist Secret of Monkey Island. Und Witcher 3 ist sicher eines der beliebtesten Games. Sag jetzt mal. Witcher 3 Wild Hunt. Genau. Genau, Monkey Island kommt ein neuer Teil dieses Jahr. Darüber haben wir schon gesprochen. Ja. Und zwar... Ich habe dir das gleich zu sagen. Welche Fotos waren. Das war... Das war die 16er-Saison. Ähm... Das ist, glaube ich... Besuch uns in der Fantasy... Wenn wir gerade an... Oh, wow. Ist das noch so lange her? Nein. Ja, ich glaube, das ist... Hm. Wann war das? Ist sehr schwierig. Es ist wirklich schwierig. Monkey Island? Echt nicht. Wow. Wow. Es steht nicht. Warte kurz. Bluthand... Masquerade. Und wieder... Genau. Turf Romantik. Turf Romantik. Far. Hollow Knight. Silksong. Hm. Ja, also... Schau jetzt. Ich sage dir das so. Äh... Du musst einfach alle durchlosen. Ja, ich glaube es auch. Ja, es kommt wirklich ein neuer Teil aus. Das ist ja so. CSM Cobra. Unbedingt... Unbedingt... unsere Podcasts zu losen. Jetzt nicht googlen, sondern unsere Podcasts zu losen. Genau. Die einzige richtige Informationsquelle. Die einzige wahre Informationsquelle. Ähm... Und ich sage dir das... CSM Cobra hat noch geschrieben. Stag McCracken. Day of the Tentacle. Das war auch richtig lustig gewesen. Das habe ich mal... Da habe ich auch ein bisschen Gameplay gesehen. Das ist glaube ich mega lustig, dieses Game. Stag McCracken. Nein, das Day of the Tentacle. Das ist... Ey, das ist so lustig. Ähm... Es gibt ja noch ein neues Cracken Game. Cracken Academy. Das war so lustig gewesen. Cracken Academy. Sehr geil. Cracken Academy. Cracken Academy 2 ist es. Oh, der Yves ist rum. Hallo Yves. Duke Nukem. Ja, was eigentlich sonst. Das ist sicher der Yves. Ja, logisch. Duke Nukem 3D. Oh, Link to the Past. Ich muss sagen, das ist wirklich fach. Vor allem, ähm... Es gibt ja auch noch Link Between Worlds. Und das ist genau die gleiche Map. Und das habe ich vorher gefeiert. Es ist so... Es hat so Gänsehaut bekommen. Die Map hast du gekannt von Link to the Past. Und dann hast du Link Between Worlds gespielt. Und du weisst... Du hast echt genau gemerkt. So damn. Es ist genau die gleiche Map. Das hat so ein bisschen Gänsehaut verpasst. Wirklich gut. Es ist äh... Es ist so viel Gutes. So viel Gutes an Gaming draussen. Es gibt echt zu viele geile Games. Es ist halt wirklich so. So, ja. Die haben jetzt schon. Ich werde noch ewig darüber reden. Steffi, was hast du gesagt, wenn du auf Megaview gehst? Was? Am Donnstein. Ja, genau. Am Donnstein, ja. Ja, ich begleite dich aber. Hä? Was begleitet? Ja, wir... Ja, ich muss... Ich bin ja bei dir am Mittwoch dort. Ich bin ja... Ich bin ja... Ich darf auch am Mittwoch... Und am Donnstein. Ja, ja. Wahrscheinlich ist das wie bei den ersten... Also immer so mit den ersten Games. Ja, mit... Also es ist wie mit der ersten Liebe. Man vergisst sie einfach nie. Ja. Wow. Wow. Upsi. Sorry, not sorry. Wow. Gibt... Wichtigeres. Okay, falls du jetzt zuschaut, Steffi meint es nicht so. Er fühlt sich... Er fühlt sich... Er fühlt sich nicht einmal... Er ist nicht einmal... On... G. Aber ja. Ähm... Ich würde meinen... Ähm... Podcast ist durch. Stream für heute haben wir auch gehabt. Ähm... Ich freue mich schon darauf, wenn ich... Wenn ich mein Fenster öffnen kann. Der Nico auch. Er hat wenigstens schon einmal den Ventilator anstellen können. Ja. Ich habe ihn definitiv schon angelassen. Der Venti. Ja. Schaut unbedingt morgen unseren Podcast vorbei. Morgen um 4 Uhr kommt ihr. Dann könnt ihr alles nochmal nachhören. Falls ihr das jetzt verpasst habt. Oder falls ihr... Ähm... Sehnte oder andere... Ähm... Aus irgendeinem Grund nicht mitbekommen habt. Schaut einfach morgen um 4 Uhr auf Spotify vorbei. Ähm... Ich bin morgen um 3 Uhr auch wieder hier live auf Twitch streamen. Wir machen weiter mit... Sherlock Holmes Chapter 1. Dort wo wir vor meiner Ferien aufgehört haben. Beziehungsweise vor der Fans in Basel. Ähm... Yeah. Am Mittwoch. Sherlock Holmes. Yes. So gut. Yes. Am Mittwoch spielt der Troy weiter Guardians of the Galaxy. Verstehen wir noch nicht fertig. Krass. Nee. Wahrscheinlich nicht. Wobei letztes Mal hat er etwas anderes gespielt. Letztes Mal hat er Otto World Storm... Dingsbums gespielt. Stimmt. Stimmt. Sandstorm oder wie das heißt. Ähm... Ich weiss gar nicht. Ich glaube das letzte Projekt hat er abgeschlossen. Soweit er ist, wird er auch mit einem neuen anfangen. Entweder ein Haus oder ein Auto. Werden wir sehen. Und am Freitag am 1. Ähm... Streamt der Serial Pen & Paper. Nice. Also nochmal schnell als Information an alle. Ähm... Beitrag. Genau. Also Stream. So sieht es aus. Ich bin jetzt glaube ich ein bisschen Cat-Cafe-Manager. Gleichzeitig kümmere ich mich um meine Katze. Die auf dem Sofa eingepennt ist. Sie ist so herzig. Oh mein Gott. Ich habe nicht genug bekommen vorher. Ich weiss nicht, was machst du? Ähm... Ich darf auch jetzt noch ein bisschen mit ähm... Spannende Leute über spannende Themen schreiben. Das klingt wahnsinnig. Motiviert. Ja, also arbeiten darf ich jetzt noch ein bisschen. Ja, da haben wir auch fast gedacht. Spannende Themen mit spannenden Leuten anschauen. Und auf spannende Reaktionen warten. Ich würde sagen im Allgemeinen, es bleibt spannend. Schön. Das haben wir immer gerne, wenn es spannend bleibt. Wunderbar. Ja genau. Ja gut. Und somit wünsche ich allen einen schönen Nachmittag. Geniesst das Feuerabendbierli oder kalte Eiszeile. Geht noch ein bisschen raus an die Sonne. Genau. Geht ein bisschen raus an die Sonne. Geht es gleich geniessen. Oh ja. Können wir einen Eiskaffee machen? Überall wo ihr könnt. Ähm... Supportet uns überall wo ihr könnt. Ja. Wir werden euch nicht vergelten. Ja. Im Gegenteil. Wir sind euch sehr dankbar. Merci für eure Unterstützung. Schickt den Link an alle eure Freunde. Packt einen Status. Machen einen Tweet. Einen Insta-Story. Oder was auch immer. Gratowieren euch auf die Stirn. Müsst ihr sie gehen. Am besten mit QR-Code. Das ist am einfachsten. Dann können die Leute einfach gleich abscannen. Genau. So gut. Genau. Also Leute. Geniesst. Habt einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen am 3. Wieder hier auf dem Channel von Praxia. Bis dann. Adios. Amigos. Ciao. 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 Ciao.